Das werden wir dann sehen. Der Reisetraktor setzt sich direkt in Bewegung. Ich hoffe, ihr habt Bild und Ton. Denn wir haben ein volles Programm. Wir fahren jetzt erstmal um die zwei Stunden. Das werdet ihr dann gleich sehen. Und dann gibt es eine wunderschöne, hoffe ich doch, Stadttour. Wir kommen also gegen 16 Uhr an und stürzen uns dann direkt ins Getümmel. Ihr kriegt jetzt die Frontkamera, drückt die Daumen, dass das mit dem Bild und Ton einigermaßen stabil ist. Wir fahren nämlich jetzt durch Regionen, die wir noch nie besichtigt haben. Aber ich habe jetzt die Lüftung für euch an. Das heißt, zumindest überhitzen solltet ihr jetzt im allerbesten Fall nicht mehr. Also drückt die Daumen, dass das auch funktioniert. Denn das war schon arg ätzend jetzt gerade beim Vlog. Ich glaube, das war der Vlog mit den meisten Unterbrechungen, die wir jemals hatten. Naja, beim nächsten Mal gibt es bei so einem Wetter dann doch wieder eine kleine Eilmeldung. Die überhitzt nämlich in der Regel seltener, weil die einfach viel schneller aufzunehmen ist. Aber macht nichts, wir dieseln los. Wir müssen, ja doch, wir kommen hin, ohne unterwegs tanken zu müssen. Das sollte alles passen. Und ihr seht, das Wetter ist wirklich unfassbar schön. Wenn es ein bisschen rauscht, dann liegt das einfach daran, dass ihr das Gebläse von der Lüftung an der Frontscheibe vorne hört. Ihr dürft übrigens raten, wo wir hinfahren. Das ist so ein kleines Ratespiel, deswegen steht es auch noch nicht im Titel. Also, wer es rausfindet, der kriegt einen Keks oder ein Eis. Ich glaube, ein Eis ist im Wetter irgendwie angebracht worden. Und dann schauen wir mal, ob ihr neuerliche Idee habt, was wir heute noch so tun. Ihr hört es, das Reise-Navi ist auch wieder an. Nein, wir fahren heute nicht im Schwimmbad. Ob es noch in Söderistan ist, das müsst ihr erraten, das sage ich mal noch nicht. Ich glaube, noch war die richtige Lösung nicht dabei. Aber wir sind ja auch gerade erst losgefahren. Wir fahren auch nicht zum Flughafen, heute nicht. Naja, das Navi macht sogar Musik. Ich weiß zwar nicht, was. Wir fahren jetzt natürlich nicht zum Flughafen. Aber der Flughafen ist praktisch direkt um die Ecke. Ich hatte erst nach einer Burg gesucht. Aber Burgen, Anfang der Woche, ist immer schlecht. Die haben meistens erst ab Mittwoch oder Donnerstag geöffnet. Also eine Burg wird es nicht. Aber es hat etwas mit Mittelalter zu tun. Wie fast immer. Wir sind ja noch dabei, unsere historischen Städte zu besichtigen. Knapp. Das war zu knapp. Jetzt können wir rauf. Schaut mal, da hinten landet einer. Wir sind also nicht weit vom Flughafen entfernt. Theoretisch könnten wir auch zum Flughafen. Allerdings gibt es da nicht allzu viel zu sehen. Außer Maulcorp Zombies. Und die wollen wir nicht sehen. Und ja, Stefan, wir sind natürlich wieder unterwegs. Gestern konnte ich euch ja nicht mitnehmen ins Schwimmbad. Aber ein paar Sachen haben wir mitgefilmt mit der GoPro. Ich habe mir die Sachen aber noch nicht angeschaut. Wird wieder ein längerer Ausflug. Ihr könnt also nochmal aufs Klo gehen und euch was zu futtern holen. Wir werden auch wieder Gebäude von innen besichtigen. Das dürfte heute zeitlich sehr gut passen. Aber erstmal müssen wir hinkommen. Ich löse aber erst nachher auf. Ihr dürft erstmal noch ein bisschen diskutieren. Ich will ja das ganze schöne Ratespiel nicht kaputt machen. Und in welche Richtung wir fahren und so weiter und so fort. Das müsst ihr jetzt selbst anhand der Straßenschilder herausfinden. Ist auf jeden Fall ein Ort, der sich von euch in den letzten Tagen schon gewünscht wurde. In der Kommentarspalte. Da wollten einige von euch schon hin. Nach Dänemark fahren wir nicht. Das würden wir in zwei Stunden nicht schaffen. Zu nebelig, um Schilder zu lesen. Eigentlich sollte da nichts nebelig sein. Aber hier gibt es gerade keine Schilder. Das ist das Problem. Ich bin mir sicher, dass ihr es herausfindet. Wir fahren gleich am Flughafen vorbei. Da können ja gleich die Flugzeuge gucken. Wo die Schilder sind, hier gibt es keine. Aber wir fahren nachher auf einer Autobahn. Das kann ich auch schon mal spoilern. Und da gibt es dann auch Schilder. Und auch die Richtung, in die wir fahren, die müsst ihr dieses Mal erraten. Damit die Reisegruppe sich ein bisschen beteiligen muss. An der Überraschungsreise. Schon wieder ein Flugzeug, das landet. Hier kommt ein Schild. Schaut. Schilder ist ein Schild. Ja, wir fahren tatsächlich ziemlich genau am Flughafen vorbei. Nur die Frage, ob euch das was bringt an Erkenntniszugewinn. Ist die Linse dreckig, dann muss ich mal mit irgendwas rüberwischen. Wenn da irgendwas milchig ist, weil das sollte nicht sein. Könnte höchstens von der Lichtspiegelung was ein bisschen stören. Aber eigentlich müsste die Linse sauber sein. Sonst muss ich doch mal rüberwischen. Schaut mal, wir fahren jetzt direkt auf den Flughafen zu. Ach, die Qualität wankt. Tja, gut, das ist dann absolut italienisches Internet. Da kann ich leider nicht allzu viel dran machen. Da müssen wir einfach die Daumen drücken, dass das Netz einigermaßen stabil ist. Ich möchte mal kurz mit meinem Ärmel rüber. So, hat das jetzt irgendwas genutzt? Wahrscheinlich eher nicht, wenn es am Internet lag. Passt, sehr gut. In welche Richtung wir fahren, das verrate ich nicht. Das ist eure Aufgabe, das herauszufinden. Wer einen zweiten Tisch haben hat, kann ja versuchen, auf Google Maps unsere Position zu suchen. Und dann anhand des Straßenverlaufs zu spekulieren, wo wir ankommen. Oh, da landet was rechts. Müsstet ihr gleich sehen. Ah, jetzt sind die Bäume davor. Schade. Rechts ist nämlich die große Lande- und Startbahn vom Flughafen. In 1 km. Ești prin dreapta. Wenn ich euch jetzt die Kilometerzahl sagen würde, wäre es zu viel gespoilert Da vorne links ist das Flughafengebäude Und uns begrüßt ein großes M Wir fahren jetzt Richtung Flugzeug und dann fliegen wir rüber nach Bukarest Was haltet ihr davon? Was ist das für blöder Kreisverkehr? Na egal Hätten wir auch einfach rechts abbiegen können In 5,2 Kilometre Wir fahren gerade direkt durch den Flughafen durch Rechts Stadt und Landebahn und links Flughafengebäude Und da stehen auch ein paar Flugzeuge rum Wie oft wir abbiegen? Weiß ich nicht, habe ich nicht gezählt Werden wir sehen Wir fahren jetzt Wir fahren jetzt Wir fahren jetzt Ich glaube, dass gerade ein Reisegruppenmitglied vorbeigefahren hat Gewunken Ich habe zurückgewunken Also liebe Grüße dem Reisegruppenmitglied vor uns Schaut Die Jungs-KRs sind überall unterwegs Jonas Fenn schreibt Momentan geht es Richtung Westen Ah, ihr könnt ja anhand der Flughafenposition herausfinden Wo wir gerade lang fahren Und in welche Richtung wir am großen M vorbeigefahren sind Gerade eben habt ihr auch gesehen Viele reiten gerade, schreibt jemand Kann gut sein, dass viele gerade bei Starstable unterwegs sind Ich weiß gar nicht, das ist heute wieder eine Aktion vom DJ Aber da müsst ihr ja bei der Arbeit sitzen, denke ich Jep, aktuell sind wir in Freising Das ist richtig Hier rechts ist ein Platz um Flugzeuge zu gucken Ein kleiner Hügel, links ist der große Flughafen Da wird gebaut Heute ist Dienstag, DJ arbeitet, genau das dachte ich mir schon Hätte ja sein können, dass DJ irgendwie frei hat Und nochmal eine Aktion gestartet hat Guckt mal hier rechts, so ein kleines Flugzeugmuseum Habt ihr jetzt leider wieder nicht so gut gesehen Aber was blöd, dass ich euch nicht drehen kann mit dem Stativ Ich muss mir da was anderes überlegen Ihr könnt nur vorne raus gucken Eigentlich müsste die auch zur Seite gucken können Bräuchten so eine 360 Grad Kamera, wo jeder selbst drehen kann Bisher wird auch noch kein Stau angezeigt Falls euch das bei der Ermittlung, wo wir hinfahren irgendwie behilflich ist Na, wie sagt bisher, Straßen sind frei Sobald die Maulkorbparanoia, die Maulkorbpropaganda endlich aufhört Dann fliegt die reisegrube Jyonskaya auch wieder weg Hier ist noch ein großes M, diesmal auf der anderen Seite So Das ist noch ein Fahrschulauto Komm, lassen wir mal rein Wir sind gleich am Dreieckflughafen Münchner Augsburg ist zu nahe, schreibt Piramis Wie gesagt, das werdet ihr sicherlich erraten, sobald wir die andere Autobahnen befahren Aber so viel will ich jetzt noch nicht spoilern Aber so viel will ich jetzt noch nicht spoilern Und jetzt die Baustelle ist ganz offensichtlich noch da Und jetzt die Baustelle ist ganz offensichtlich noch da Und nein, Moskau wird es schon mal nicht Das würden wir in zwei Stunden nicht schaffen Oh Und Mexiko ist es auch nicht, das können wir auch ausschließen. Frag, können wir diesmal auch ausschließen, da fahren wir nämlich in die falsche Richtung dafür. Möglicherweise steht in 350m ein Auto herum, mal schauen ob es noch da ist. Nein, es ist nicht da. Ja. Wir erreichen gleich das Kreuz neu fahren. Ja. 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 Ob wir wieder die A9 nehmen, das seht ihr ja gleich. Geh sie prin dreapta, Katria-Normerichtung Salzburg-Nürnheim. Ah, war das geradeaus? Es fällt dem Navi frühen, dass wir hier lang sollen. Es läuft die ganze Zeit Richtung Salzburg und jetzt entscheidet es sich plötzlich um, jetzt sollen wir Richtung Nürnberg. Einmal maximale Verwirrung. So, dann ratet mal, wie es jetzt weitergeht, jetzt sind wir gerade auf der A9 angekommen. Bis Berlinistan wären es 563 km, das schaffen wir nicht in zwei Stunden. Berlinistan ist falsch. Also wenn wir ein Flugzeug nehmen, würden wir das schaffen, aber wir fahren ja mit dem Reisetraktor. Wir können gerade nicht überholen, wir haben noch keine Überholchance. Alles voll neben mir. Ah, jetzt kommt gleich unsere Überholchancen. Ganz schön voll die A9. Hier bleiben wir jetzt erstmal ein paar Kilometer. Ich gebe euch mal einen Hinweis, es wurde im Chat schon erwähnt, wo wir hinfahren. Es gab schon Leute, wer das ist. Da müsst ihr selbst herausfinden. Ja, Stefan, heute ein Überraschungsmodus. Aber anhand der unterschiedlichen Vorschläge, die gerade die ganze Zeit kommen, kann ich ermitteln, dass wir noch einiges hier anschauen müssten. Wir müssen also nochmal herkommen. Müssen wir sowieso, um uns München in Ruhe anzuschauen. Aber München hätte sich heute nicht gelohnt, da hätten wir einfach viel mehr Zeit für gebraucht. Wohin jetzt, Tia? Das müsst ihr doch erraten. Wir fahren die A9 entlang. Ihr habt gerade gesehen, auf dem Straßenschild Stadt Berlinistan. Wir fahren also gegen Norden. Wir genießen die südistanische Landschaft. Wir fahren auch an dem Straßenbahnhof, Wir fahren auch an den Straßenbahnhof, wir fahren jetzt um die Reihe an den Straßenbahnhof. Wir fahren jetzt für den Straßenbahnhof. Ich gebe euch einen Hinweis, noch eine Stunde und 51 Minuten laut Navi. Vielleicht hilft euch das. Wo ich jetzt bin, auf der A9, unter uns, oder neben uns, ist Kranzberg. Wir fahren jetzt gleich an Allershausen vorbei. Da hinten links, hinter den Bäumen, ist ein schöner kleiner Kirschturm. Soll ich die ersten fünf Buchstaben sagen? Haha, guter Witz. Nein, ich sage euch nicht die ersten fünf Buchstaben. Die letzten fünf sage ich euch auch nicht. Mit welchen Buchstaben es anfängt, sage ich euch genauso wenig. Die drei, ich sage euch nicht die ersten fünf Buchstaben. Ja, das ist ein bisschen keiner. Ich sage euch nur ganz schön, die drei Jahre alt waren es in der Thompson-Karte. Soll ich es nicht nü Chinde. Ist wie Ostereier suchen, ja, so in der Art. Aber einige von euch hatten das richtige Ergebnis schon. Wie viele E's es im Namen gibt? Eins, aber mehr sage ich dazu nicht. Ich habe schon genug gespoilert. Und Pilzen ist das auch nicht, da waren wir ja vorgestern schon. Elinistan wären noch 550 Kilometer. Ein bisschen schneller fahren könnte der Polo aber auch. Wir kommen gerade nicht dran vorbei, weil die linke Spur voll ist. Und zwar so voll, dass wir damit um Traktuellengeschwindigkeit nicht mal eben wo drüben reindrängen können. Das finden die nämlich nicht ganz so cool. Die sind deutlich schneller als wir. Und Platz zum Beschleunigen habe ich nicht. Ah, jetzt kommt gleich unsere Chance. Jetzt können wir. Eine Überholchance für die Reisegruppe. Der schleicht aber auch hier rum. Eine Überholchance für die Reisegruppe. ijd6 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will die Jagd schreit bestimmt die Firma Casalec. Das könnte gut sein, die Firma Casalec sollte man nie eine Pyramide bauen lassen. Aber sie sind aus Berlinistan. Was ich für ein Auto habe, einen Reisetraktor, das wisst ihr doch. Ob man da fischen kann, wo ich hinfahre, ist eine gute Frage. Es gibt Wasser, ja. Man kann da sicherlich auch eine Ankerroute reinhalten. In Wollsdach gibt es ein deutsches Hoppenmuseum für die Bierfraktion. Ob es eine Insel gibt? Ja, ihr stellt Fragen. Definiere Insel. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Wir sind bei Paffenhofen. Ich kann euch sagen, dass wir eine große Kirche besichtigen werden. Ich hoffe, dass sie aufhört, aber müsste. Ich bin hier. Sandrohrkirchen gibt es überall, deswegen habe ich euch ja den Hinweis gegeben. Ich hoffe, dass das Wetter nach wo wir hinwollen schön ist, denn wir fahren tatsächlich auf dunkle Wolken zu, aber wir haben ja noch ein Stück. Gestern gab es ein richtig heftiges Gewitter, als wir im Schwimmbad waren. Das war sehr faszinierend durch das Glasdach. Genau, warte mal, wir fahren einfach überall hin. Hier ist eine Testfeldautobahn. Es scheinen sich langsam zwei Hauptfraktionen heraus zu kristallisieren. Die einen sagen definitiv Nürnberg, die anderen sagen definitiv Amberg und es gibt noch ein paar kleinere Vorschläge zwischendurch. Amberg. 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 Es geht uns auch nicht weiter. Ob am Ende der Berg steht, das wäre zu viel gespoilert. Hier rechts geht es nach Prag. Nach Regensburg und nach Hof. Ihr habt ein E. Richtig Homestyle. Mehr kriegt ihr auch nicht. Ihr habt ein E und jetzt wärtet glücklich damit und ratet weiter. Das ist nicht fies Homestyle, das ist alles, was ihr braucht, um es zu erraten. Ihr habt ebenfalls die Fahrzeit, die noch 1 Stunde und 41 Minuten beträgt. Und ihr habt es ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich sage nur noch nicht, wer es richtig hatte. Ob die Stadt eine Versicherung hat, das weiß ich doch nicht, ob die Stadt versichert ist. Sicherlich. Ich denke, jede Stadt hat eine Versicherung, wenn sich da jemand im öffentlichen Raum auf die Nase legt. Man первый mal auf die Nase legt. Ich denke, jeder will an die Nase legt. Das ist kein persönlich. Ich denke, jeder will an den Weg in die Nase nach dem Weg. Da wirst du nicht rüberkommen, anscheinend geht die Spur doch nicht weg. Was sind denn das hier für Markierungen? Also wenn man den Markierungen hier nachfahren würde, dann würde man Ostereier fahren. Und richtigen Hinweis kann ich euch auch schon mal geben, wir bleiben in Absurdistan. Jetzt hätte ich fast die restliche Kilometeranzeige spoilert. Aber das wäre auch zu einfach. Dom oder Kirche verrate ich nicht, werde ich zu viele Hinweise geben. Noch nicht. Das war's. 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 Mal schauen, wie lange diese Baustelle noch ist. Mal schauen, wie lange diese Baustelle noch sind. Mal schauen, wie lange diese Baustelle noch sind. Was wir eben unterwegs so entdecken werden. Und ich weiß, das gibt es in Syltistan alles ziemlich oft. Ob es ein Festspielhaus gibt, das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Mal schauen, wie eine Baustelle gebaut wird. Nein, es wird nicht Neuschwanstein. Hatte ich vorhin gegoogelt, ist aber am Arsch, also wirklich runter Richtung Grenze. Das wäre heute ein sehr, sehr großer Umweg. Da fahren wir sicherlich auch mal hin. Das will ich mir nämlich auch anschauen. Aber ich wollte heute noch zwei Stunden nach Süden fahren, um dann die zwei Stunden wieder zurückfahren zu müssen. Ich dachte, wir nehmen etwas, was mehr oder weniger auf der Strecke liegt. Wir haben jetzt auch den Fingern gejuckt, nach Österreich zu fahren. Hier ist richtig was los auf der Baustelle. Schaut mal. Das ist auch schon eine Attraktion. Ein bisschen fahren wir doch geradeaus. Ob man da Weihnachtsgebäck kriegt. Wenn Weihnachtsmarkt ist mit Sicherheit schon. Aber heute wohl eher weniger. infrage seine O, Nicole grüßt aus Uganda. Dann liebe Grüße nach Uganda. Da dürfen zumindest das Wetter richtig gut sein heute. So, wir sind durch durch die Baustelle, wir können wieder schneller dieseln. Ob man da Nürnberger Lebkuchen bekommt, auf dem Weihnachtsmarkt kriegt man wahrscheinlich auch Nürnberger Lebkuchen, die gibt es ja ein ganz absurdes Tan zu kaufen. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ob es ein Geschäft gibt, in dem das ganze Jahr Weihnachten ist, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich war da nämlich noch nicht. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Hier ist Neuburg mit einem Renaissance Schloss an der Donau. Hier gibt es ein Kelken-Römer-Museum. Klingt auch spannend. Oh Mann! Oh Gott! Oh mal, es ist ein 秋аны. Ja, ich habe jetzt gerade einen Spoiler zu vielen gegeben. Hier rechts geht es nach Mansching, das soll sehr interessant sein, da sagt mir überhaupt nichts. Jemand von euch hat gerade geschrieben, es wäre sehr interessant, aber ich habe von diesem Ort noch nie etwas gehört. Ach, Airbus Standort, können wir uns ein Flugzeug abholen? Wir sind kurz vor Ingolstadt, das kann sein, noch neun Kilometer bis Ingolstadt. Mein Quiz ist unterhaltsam, habe ich gerade gelesen, das ist ja auch der Sinn der Sache. Es soll euch ja etwas Spaß machen. Richtig, Daniel, der Privatjet unserer Reisegruppe. Wir brauchen ein Airbus 380 für die Unionskajers, damit wir alle reinpassen. Ob es da einen Hauptbahnhof gibt? Mit Sicherheit gibt es da einen Hauptbahnhof. Hier ist das Audi-Puseum. Hier wäre die Abfahrt in Ingolstadt Süd. Und wir fahren gleich über die Donau, allerdings nur drüber. Wie viele Kilometer noch wäre zu einfach? Kann ich euch nicht sagen, aber noch knappe eineinhalb Stunden. Wenn ich euch jetzt hier von Ingolstadt aus die Kilometer sage, dann müsst ihr ja nur auf dem Zirkel auf der Karte sitzen. Und dann habt ihr das ja. Jetzt sind es keine ganzen eineinhalb Stunden mehr, jetzt sind es ein paar Minuten weniger. Aber so prima halt auch. 15 Kilometer vor dem Ziel sage ich euch dann, was es ist, was also richtig war. So lange dürft ihr noch ein bisschen raten. Hier haben wir gerade ein Elefantenrennen. Ingolstadt Nord und Eichstätt wären jetzt hier rechts. rechts ist ein Industriegebiet. Berlinistan wären noch 500 Kilometer. Da sind noch ein Elefantenrennen und links ist gerade voll. verz residümlich ありがとう, ob wir viele Leute. Wir sind nur 15 Kilometer. Beunci, wir können uns mal ent�리nen Program pedals hören. In der Neue, hier aber los... eingell�� voltar ist zweimal. 20 Kilometer holmt, seitens um den Landkarte auszubilden und drinnen zu Hause sind shocks die Flüşverschaft. Eine princeszelle hier wir Sie schon immer wieder aufλλem�� Internet. Wie viele Leute insgesamt sie w Sonnenkarten. An Ingolstadt wären wir jetzt vorbei. Ingolstadt ist es also nicht. Und stimmt, in Ingolstadt gibt es ja auch keine E. Auch wenn ich durchaus Lust hätte, mal wieder nach oben zu fahren. Guck mal, Timisoara, ein Lkw rechts von uns. Hoffen wir, dass das Wetter hält. Guck mal. 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 Und hier hat es anscheinend geregnet, hier ist es nass. Und hier ist es nass. Und hier ist es ein bisschen Regen, wie es aussieht. Naja, ein Stück haben wir ja noch. Hoffen wir, dass es am Reiseziel nicht regnet. Wie weit noch? Das sag ich noch nicht, es sind noch ein paar Kilometer. Ihr kriegt den Hinweis, zwischen 100 und 200 Kilometer haben wir noch. Vor uns ist der Roland Express. Schnell wegfahren, ist das gemein. Wir kriegen da schon auch hin, dass der Bot ordentlich mit uns redet und keine Selbstgespräche führt auf Discord. Jetzt hat es wieder aufzuregnen. Hier gibt es auch eine Burg und zwar die Burg, wo ist das Schild, Burgbrunn. Oh, die soll auch sehr schön sein. Jetzt sind wir bei Denkendorf. Ich dachte, Denkendorf ist ein absurdes Tatverbot. Muss umbenannt werden. Politisch inkorrekt. Hier ist ein Dinopark, Leute. Auf der rechten Seite steht ein Dinopark im Navi. Aber zum Dinopark können wir jetzt leider nicht. Das passt zeitlich nicht. Das passt zeitlich nicht. Das müssen wir aber an einem späteren Zeitpunkt tun. Heute wollen wir mittelalterliche Altstadt sehen. Also in der Nähe von Denkendorf gibt es einen Dinopark. Oh, ein Schwertransport Altmaier ist unterwegs. Obwohl der ja abgelöst wurde von Ricarda. Unterwegs in Überlänge. Über Breite. Eichstätt ist eine barocke Stadt. Das klingt auch gut. Hier gibt es den Pinkelparkplatz Gelbellsee. Und Pappenheim sieht auch gut aus auf dem Bild. Wir haben nach wie vor den Roland Express vor uns. Das passt ja. Das passt ja. Das passt ja. Das passt ja. Ja. Kein Gespräch mit ihm starten. Der Füller geht doch eh selbst Gespräche. Für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, wir haben einen Bot auf dem Discord-Server, der gern selbst Gespräche führt, die sich sehr, sehr merkwürdig entwickeln. Eigentlich soll der Bot mit uns reden, aber er redet lieber mit sich selbst und geht mit sich selbst aus und so ein Zeug. Also einiges scheint da noch nicht so ganz zu funktionieren. Hier wird gern geblitzt, ich fahre ja nur 100, das passt doch. Wir halten uns ja an die Geschwindigkeit. Oh, da hinten scheint es ganz schön zu regnen, so wie das aussieht auf der rechten Seite. 6% Steigung oder hinten Gefälle in dem Fall. Jetzt kommt 80. Dann fahren wir doch mal 80. Immer noch 6%. Im Vergleich zu dem, was wir in den Kap Haken gefahren sind, absolut lächerlich. Und diesmal eine richtige Kurve. Oh, da vorne kommt ein Tunnel, schaut mal. Hoffentlich funktioniert der Internet. Ah, das ist ein Bahntunnel, wir fahren gar nicht durch. Schade. Links ist eine Burgruine, schreibt Käpt'n Guismo. Die sehe ich von hier leider gerade noch nicht. Schade. Da unten ist auf jeden Fall ein Eisenbahntunnel, wohl eben nicht für uns. Und hier ist wieder 100. Oh, dort auf der rechten Seite sind ein paar Felsen. Hier ist das Altmühltal. Hier ist das Altmühltal. Also, dio. Hier ist das Altmühltal, und das ist auch noch nicht der Zeit, hier ist ein bisschen großartiger. Das ist aber natürlich so. Jetzt ist das. Ach, schaut mal, da vorne kommt doch ein Tunnel. Wir kriegen auch einen Tunnel ab. Oh, da fahren wir schon wieder dran vorbei. Ach, scheiße, das ist schon wieder der Bahntunnel. Ne, wir kriegen doch keinen. Das ist Tunnel-Diskriminierung. Hier kam anscheinend auch ganz schön was runter. Oh, und es geht direkt wieder los. Los! Okay. Okay. Wir fahren richtig schön ins Mistwetter, wie immer. Ne, wir hatten eigentlich ein bisschen meistens Glück mit unserem Wetter. Und am Reiseziel soll eigentlich auch gutes Wetter sein. Läwski. Bis zum nächsten Mal. Schönen, bis zum nächsten Mal. Jungen. Bis zum nächsten Mal. Jungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Im Altbühltal ist mieses Wetter, könnt ihr euch notieren. Jetzt kommen wir, der Himmel wird definitiv heller. Wir fahren also wieder raus. Ich werde von der Regenabweiser funktioniert ausgezeichnet, aber dann seht ihr nichts. Deswegen muss ich den Scheibenwächer anmachen. Aber das ist echt geil, das Zeug. Ich kann die ganze Zeit super auf die Straße schauen. Aber wenn ich die Scheibenwächer auslasse, dann seht ihr nichts mehr, weil dann die Kamera den Fokus nicht schafft. Aber den Unterschied zwischen der rechten Seite der Scheibe, wo das Zeug nicht drauf ist, und der linken Seite der Scheibe, den sieht man ziemlich krass. Rechts ist komplett zu und links kann man richtig durchgucken. Ich habe den Scheibenwächer ja nur ganz langsam angestellt, weil ihr sonst nur noch Wasser seht. Ihr seht es ja schon, es fokussiert nicht richtig. Bei Silvia ist ein strahlender Sonnenschein. Ich hoffe an unserem heutigen Ziel auch. Ich will nur den rechten Scheibenwächer anmachen. Ich glaube, die Einstellung gibt es gar nicht. Und schaut, da hinten ist schon wieder blauer Himmel, zumindest so ein bisschen. Brandenburgestand ist grau, der fahren wir heute ja auch gar nicht hin. Und da ist schon wieder der Roland Express, den wir jetzt allerdings doch nicht überholen, weil er jetzt den LKW überholt. Mir bitte, wie ich fahre, ist meine Angelegenheit und ich habe nicht vor, im Zickzack zu fahren, nur weil es dem nicht gefällt. Hinter mir ist alles frei, rechts ein LKW, also fahre ich in der Mitte. Fertig, aus. Tranzjovic, könnte man auch Tranzjovic draus machen. Ne, der Regen ist noch nicht vorbei, noch regnet es aber deutlich weniger. Verwärter ist noch nicht vorbei. Die Regen ist noch nicht vorbei, aber nicht vorbei, also konnte man auch nicht bekommen. Also funktioniert das noch nicht bei uns aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Beideein ist noch nicht mehr. Viertel ist noch nicht. Halt oder? Alles ist noch nicht mehr. Sie haben über die Regen. Beideein ist noch nicht. Ich glaube, sie auch ist noch nicht mehr. Beideein ist noch nicht mehr. Wir sind gleich durch den Regen, es wird merklich weniger Wasser von oben. Wir sind gleich durch den Regen, es wird merklich weniger Wasser von oben. Achja, in die klugscheißer Trolli, ihr guckt über ein Weitwinkelobjektiv. Ihr seht viel größere Entfernungen als ich. Was bei euch aussieht wie 100 Meter, sind bei mir 20 Meter, nur so zur Info. Liegt in der Natur der Sache eines Weitwinkelobjektivs. Hier ist die Burgstadt am Irgendwas. Ja, wir fahren gerade dem Roland hinterher. Mal schauen, ob Roland das gleiche Ziel hat wie wir. Wir verfolgen Roland. Ob Roland nach Rothenburg fährt, weiß ich nicht. Aber Rothenburg ist doch auch völlig am Arsch der Welt von hier aus. Aber Roland ein bisschen schneller fahren könntest du schon. Ich glaube, wir sollten den Roland mal überholen. Jetzt fährt Roland uns halt hinterher. Ich glaube, der Roland will nicht, dass wir hinter ihm herfahren. Er fährt mit Absicht langsam. Er hat Angst. Wenn rechts zu viele Lkw kommen, fahre ich übrigens immer dann rüber zwischen die Lkw, wenn einer von hinten kommt, der sichtlich schneller ist als ich und ich auf die linke Spur kann, weil die besetzt ist. Wenn hinter mir frei ist, sehe ich keinen Grund, ständig hin und her zu fahren. Und hinter mir ist frei und zwar mehrere hundert Meter aktuell. Wäre also blöd Sinn, jetzt nach rechts zu fahren und 20 Sekunden später wieder auf die Mittelspur zu fahren. Muss man im Übrigen auch gar nicht. Richtig macht auch keinen Sinn und ist doch überhaupt nicht erforderlich. So. Jetzt kommt die Sonne wieder raus, da müssen wir gleich die Klimaanlage wieder anmachen, damit sie nicht überhitzt. Wir haben den Regen offensichtlich überwunden nach oben. Und hier wieder Gretelmühlen. Außer dem Fahrtwind gibt es keinen Wind exakt. Das ist dem aber jetzt früh eingefallen. Jetzt kommt der Main-Donau-Kanal. Du hast recht, Captain Gizmo. Und jetzt ist der Roland Express wieder an uns vorbeigefahren. Schaut mal. Es gibt noch einen Roland Express, die sind zu zweit unterwegs. Ich glaube, da hinten war ein blauer Roland Express, hier ist jetzt ein Silberner. Roland verfolgt uns. Gerade einen überholt und zack ist hier der Nächste. Roland tanzt sich. Roland ist mit mehreren Autos unterwegs. Der kann sich während der Fahrt umlackieren. Wir gucken, wie viele Rolands es noch gibt. Jetzt ergibt es auch Sinn, dass der Selbstgespräche führt. Der eine Roland redet mit dem anderen Roland. Ich habe einen Vogel auf die Scheibe geschissen. Nie kaputtes Insekt war es. Der Fluss Ratibor Roth ist hier. Der Fluss Ratibor Roth ist hier. Und jetzt, der Wort heißt Roland. Wer Yu-Gi-Oh kennt, der weiß auch, warum der Wort Roland heißt. Das heißt, wenn wir jetzt auf den Pinky Parkplatz fahren, überholt uns Roland wieder. Wir können Roland also gleich wieder überholen. Ich glaube, da kommt Roland schon wieder vorbei. Was ist mit Ischisu? Die ist nicht da. Da hat uns Roland wieder überholt. Ne, nur einer der andere, der ist weiter hinten. Die fahren mit Abstand. Eigentlich sollte ich Ischisu keinen eigenen Roland haben. Das wäre sonst sehr, sehr merkwürdig. So, wir fahren mal eben an den Pinky Parkplatz. Dann geht jeder aufs Klo und kauft sich ein Eis. Ihr tretet auch das Navi wieder. Ach, Bukarest, schaut! So, ihr passt auf den Traktor auf. Kann ich gleich meine leere Flasche weghauen. Das Schöne in Tschechien ist ja, man kann die Flaschen wegwerfen, ohne dass man diesen Scheiß, diesen Scheiß Pfand zurückgeben muss. Ihr gebt acht auf unseren Traktor und dann reiten wir weiter. Ihr könnt eigentlich noch ins Grüne schauen. Wenn ich einen Watch $1 verdadero mal verleseinig. 7 tschechien ist ja, Dann ist noch einmal genauso drauf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wieder da. Kann mir jemand sagen, warum diese Frauenklos immer so zugepisst sind? Es ist so eklig. Ich hatte gerade riesige Probleme, meine schöne, flatterige Hippiehose nicht in diese Pisspfützen fallen zu lassen. War sehr aufwendig. So, wir reiten direkt weiter. Ich hoffe, ihr wart alle auf dem Klo. Habt ihr jetzt die Zeit gestoppt? Ja, die längste Zeit hat es gebraucht, meine Hose hochzukrempeln, damit die Hosenbeine nicht in der Pisspfütze sind. Ich weiß echt nicht, was so schwer ist, den Hintern über ein Klo zu halten, ohne daneben zu pissen. Man muss sich ja nicht draufsetzen. Naja. Es sind sieben Leute zugestiegen. Dann schnallt euch mal alle an. Auf dem Männerkloß sieht es genauso aus, schreibt Captain Gismo. Das macht es nicht besser. Da fragt man sich echt, wie man zu dumm sein kann, in die Schüssel zu pinkeln. So schwer ist das mit dem Zielen jetzt auch nicht. Vielleicht sollte ich erstmal einen Vorwärtsgang nehmen. Jetzt geht es weiter. Und jepp, gut, dass ich auf diesem Tag vielleicht Schuhe anhatte. Sonst hätte ich jetzt gleich über die Wiese rennen müssen, um das irgendwie loszuwerden. Noch einer aus Bukarest. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Die können uns mitnehmen. Fahren wir hinten rauf auf die Ladefläche, überhaupt ein Traktor, dann passt das. So, wir müssen nämlich gleich runter von der Autobahn. Und ich weiß nicht, ob da noch pinke Kackplätze kommen. Deswegen habe ich jetzt den genommen. Ich mache es zwar noch nicht so ultra dringend, aber besser als dann auf der Landstraße nichts zu finden. Ist Roland schon wieder da? Mittlerweile müsste Roland und müssen uns beide Rolands hier überholt haben. Hier ist das barocke Allersberg. Hier ist das barocke Allersberg. Ah ja, steht tatsächlich einer. Hier ist das barocke Allersberg. Wir müssen jetzt einfach mal runter. Hier ist alles, was ich gehört. Hier sind die Rolandsberg. Ich mache es zwei, die Rolandsberg. Das hier sind die Rolandsberg. Und die Rolandsberg. Wir brauchen hier. Das hier ist der Rolandsberg. Und die Rolandsberg. Hier haben wir zwei, was ich hier wsp스트�es. Ich habe es jetzt auch viele Rolandsberg. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist ziemlich gemütlich so beim Fahren Noch gemütlicher wäre es, wenn ich die Schuhe ausziehen könnte Dann müsste ich den Fuß nämlich nur aufs Gaspedal legen Ohne irgendwie den Druck zu kontrollieren Aber dafür ist es noch zu kalt Ui, was ist das denn jetzt? So ein Kreiswecker Ah, der ist schneller als ich Ach Mist Ich kann erst nach dem überholen Das war ein kurzer Weltuntergang Aber dieses Regenabweiszeug ist echt geil Stefan aus der Reisegruppe hat mir nämlich letztens Ich habe jetzt die Scheibe geputzt Und auf der einen Seite der Scheibe so ein Regenwasserabweisding drauf gemacht Und auf der anderen Seite nicht Damit man den Unterschied sieht Und das Zeug ist echt geil Seht ihr jetzt in der Kamera nicht so gut? Nee, Roberto, mein Drakpo hat leider kein Tempomat Ich muss das manuelle Tempomat nutzen Mir die Schuhe ausziehen Dann muss ich nämlich nur den Fuß aufs Gaspedal legen Und das hält konstant Wie lange das Regenabweiszeug hält Da müsste Stefan mal fragen, wenn er noch da ist Er war nämlich bald auch im Chat anwesend Stefan hat eine Ahnung von Irgendwie nach einem halben Jahr oder so soll es wohl halten Ah, Stefan ist noch da Ihr könnt ja alle eure Fragen dazu loswerden Und euch für die klare Aussicht bedanken Dafür, dass jetzt keine Insekten mehr auf der Scheibe kleben Und euch für die Karte Jetzt sind wir auf der Höhe von Nürnberg. Da fahren wir aber nicht hin, das kann ich euch schon mal sagen. Hier rechts würde es nach Nürnberg gehen. Ich habe ja schon gesrollert, wir fahren nur hin, wo ich noch nicht war. In Nürnberg war ich ja schon, da ist ja die IWA. Nürnberg kann es also gar nicht sein. Und wir fahren auch noch 50 Minuten ungefähr, je nachdem wie viele Baustellen noch kommen. Nürnberg ist zwar auch schön, aber ich dachte wir fahren mal wohin, wo ich noch nicht war. Und was von euch auch schon offen vorgeschlagen wurde. Das Ziel ist immer noch geheim. In 30 Kilometern kriegt ihr einen weiteren Hinweis oder in 20 Kilometern. In 30 Kilometern Prime. In 30 Kilometern ist mehr Schwabberg. Der ist nur noch eine hydraulic und bleib die Bühne. In 15 Kilometern sind wir auch noch Leute zu sehen. Na im 30 Kilometern lions sicher. In 50 Kilometern. Aber in 15 Kilometern ist alles für die Bühne. Und wir haben hier, die Bühne sollen in der Rästeine. Die Bühne sollten über den Rätskill. Und es stand vor nicht allzu langer Zeit schon auf einem Verkehrsschild drauf. Nein, nach Berlinistan fahren wir jetzt gerade nicht. Das wäre auch etwas zu weit, um in etwa 45 Minuten anzukommen. Das schaffen wir nicht. Es ist nicht Berlinistan. Stimmt, ich kann euch das Wasserabbeißzeug nachher zeigen. Die Flasche steht hier neben mir in den Türdings. Ich futtere mal eine Reiswaffe, wenn es euch nicht stört. Oh, Baustelle. Hier würde es zur Messe gehen, da wollen wir aber jetzt gerade auch nicht hin. Wir fahren jetzt gleich auf eine Straße, die mit E gekennzeichnet ist. Ich zeige euch aber die Nummer noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob Landstraße oder Autobahn. Es steht halt nur von der A... Ach ne, das ist die Richtung. Richtung E irgendwas fahren wir gleich. Schöner Stau da rechts von uns. Hoffentlich müssen wir da nicht rein. Aber ne, das ist die Ausfahrt. Ich habe übrigens auf unserem Nerd-Discord eine Reisegruppen-Elegions-Kaja-Kategorie angelegt, wo wir Reisevorschläge zusammentragen können und Reisegruppen-Treffen absprechen können. Wer das noch nicht gesehen hat, ist jetzt nicht nur der Nerd-Discord, ist jetzt auch der Reisegruppen-Discord. Die Reisegruppe hat jetzt auch einen kleinen Bereich bekommen. Die Reisegruppe hat jetzt schon wieder eine Reisegruppe, aber nicht nur der Reisegruppe ist, wenn Sie nicht wissen, dass die Reisegruppe auf der anderen Seite sich nicht mehr verbunden haben. Die Reisegruppe hat es dann bestimmt noch nicht mehr, ob die Reisegruppe ist, wenn Sie nicht mehr verbunden haben. Es ist jetzt, wird also ein paar Reisegruppen abgerufen. Wie der Link ist, hat irgendjemand gerade den Link zum Deskontarat dann gerne mal reinwerfen. Nicht wundern ist normalerweise unser Nerd Discord, wo wir halt Spiele spielen und so, aber ihr habt links eine Navigationsleiste, wo auch ein Reisegruppenkanal eingerichtet ist. Da findet ihr dann auch den Roland Bot, wenn ich ihn anwerfe, der läuft aber nur, wenn mein Laptop an ist. Genau den Einladungslink Homestyled. Am besten den Unlimitierten, der nicht abläuft. Ich weiß nicht, ob du den kopieren kannst. Kann sein, dass nur ich den mir rausziehen kann. Oh, links ist ein Stau. So ein bisschen. Ah, super, danke Homestyled. Der Link zum Community Discord kommt gleich. Und seid nicht irritiert. Und da redet das Navi wieder. Seid, wie gesagt, nicht irritiert davon. Wir machen da halt ganz viel Nerd-Kram. Deswegen haben wir das so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Lässt uns rein, das ist gut. Ah, danke, da kam der Link rein geflattert. Wie es im Schwimmbad war, hat gerade jemand gefragt. Sehr, sehr nass. Hat Spaß gemacht. Ist ein cooles Teil. Unfassbar viele Rutschen. Also ich glaube, wir hatten alle Spaß. War sehr, sehr cool. Wir waren auch echt lange. Von, ich glaube, 13 Uhr, so 12.30 Uhr, 13 Uhr rum bis 22 Uhr am Abend. Noch gibt es kein Video vom Bad. Ich habe gestern so ein paar Sachen mitgefilmt. Ab und an haben auch die anderen mal die GoPro festgehalten. Aber ich habe mir das Material, wie gesagt, noch nicht angeschaut. Da hatte ich noch keine Zeit zu. Da soll aber noch zumindest ein kleines Impressionsvideo kommen, damit ihr ein paar Sachen seht. Und hier war nicht nur Rutschen. Es gab auch eine Unterhaltungsshow in einer russischen Sauna. Das war sehr lustig. Kann ich euch also empfehlen. Da ist noch nicht, aber ich bin großartig. Da soll mich auch genug. Da soll auch ganz, wie gesagt. Da soll mich, wie gesagt, noch einmal aus David waren. Da soll mich auf jeden Fall sein. Da soll mich selbst auch mal sein. Da soll mich durch ihm kommen. Wir nähern uns übrigens unserem Ziel. Nicht mehr weit und wir sind da. Auf Discord regnet neue Mitglieder, die begrüße ich dann nachher. Das geht ja gerade schlecht beim Fahren. Das war echt witzig. Die haben da so voll rumgetanzt in dieser Sauna. Da waren halt so zwei Mitarbeiter, die da so Showprogramm gemacht haben, so Party gemacht haben. Die haben sich da voll Mühe gegeben. Also die haben das ziemlich gut gemacht. Ob ich schon auf der A3 bin? Gerade auf die A3 gefahren. Ich spoilere nochmal, wir bleiben nicht lange auf der A3. Ich würde sagen, ob ich gerade aus dem Dramatischenующigen Spielteil. Jetzt bin ich hier closed. So kann ich jetzt ausdrucken werden. So kann ich jetzt in die A3-A3-D-Rheben failing sein. So kann ich jetzt in die A3s. So kann ich jetzt auf das Entracht sein. So in die A3-D-Rheben sind die A4-D-Rheben. So ist jetzt gut. Ich werde heute Abend mal meinen Laptop anmachen und den Roland wieder anwerfen, dann seht ihr, warum wir vorhin so gelacht haben und warum das mit dem Roland halt so der kleine Insiderwitz war. Dann könnt ihr Roland bei seinen Selbstgesprächen beobachten. Aber Roland läuft wie gesagt nur, wenn mein Laptop an ist. Wenn ihr ein bisschen durchscrollt, dann findet ihr auch die alten Selbstgespräche. Ne, ihr könnt glaube ich gar nicht hochscrollen, wenn ihr gerade erst beigetreten seid. Hier ist die Vierschlösser-Gemeinde. Was nach der A3 kommt, eine weitere Straße. Halbe Stunde noch, dann sind wir da. Bis zum nächsten Mal. Halbe Stunde. Eik. Halbe Stunde. Halbe Stunde. Halbe Stunde. Halbe Stunde. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ist große Verwirrung, wo es hingeht. Ihr werdet es in Kürze sehen. Gut, ich gebe noch einen allerletzten Spoiler, der dazu führen dürfte, dass eine Handvoll der Leute es mit Sicherheit auf Anhieb weiß. Wir fahren in einen Ort, den ihr definitiv schon kennt, wenn ihr mir bei Instagram folgt. Da wurde er nämlich bereits häufiger erwähnt. Wenn auch in einem fiktiven Kontext. Mehr sage ich nicht. Jetzt scheint Bamberg ganz oben auf der Liste der Vorschläge zu stehen. Dann kommt es auf der Liste des Autos und die Autos. Das ist ein sehr guter Punkt. Dann kommt es auf der Liste. Ich hatte Bamberg nicht ausgeschlossen, also heute zumindest nicht. Vielleicht auf einer anderen Tour? Ja, wir reden von einer Stadt. Wir reden von einer Stadt. Gut, wir sind auf, es ist Bamberg. Ich habe ja gesagt, 50 Kilometer vorher kriegt ihr die Info, es sind 53 Kilometer. Wer zuerst Bamberg gesagt hat, hatte recht. Ich weiß noch nicht mehr, wer das war. Im Notfall müssen wir nochmal zurückscrollen. Wir fahren heute nach Bamberg. Ach, guck mal, aus Aran ein Lkw. Ja, wir haben wahrscheinlich wieder wenig Zeit, um Bamberg zu besichtigen, aber ich dachte mir, Bamberg ist übersichtlich, die Altstadt schaffen wir locker. Und wir wollen natürlich in den Dom spazieren. Das meinte ich mit der großen Kirche, die wir angucken wollen. Was es in Bamberg gibt, eine historische Altstadt, die sehr, sehr schön sein soll. Die ich mir schon tausendfach auf Google Maps angeschaut habe, zu Recherchezwecken, aber noch nie dort war. Ich kenne mich aber trotzdem nicht da aus. Bamberg ist richtig schön, schreibt jemand. Ich habe es zwar nicht geplant, aber wenn Bamberg jetzt wirklich so richtig mega, mega schön ist, dass wir es heute nicht komplett schaffen, könnten wir ja vielleicht noch eine Nacht Bamberg ranhängen. Muss ich dann mal gucken, ob es irgendwelche bezahlbaren Hotels gibt bei Booking. Eigentlich war mein Plan, heute Abend da zu meinen Eltern weiterzufahren, weil das von hier aus nicht mehr weit ist. Und dann morg wieder nach Berlinistan. Ist nicht so groß, ja genau, das war eben der Plan, eine überschaubare Stadt anzuschauen. Die Altstadt ist relativ klein, ja genau, deswegen fahren wir hin. Ob ihr schon mal Hotels suchen sollt, wenn ihr Lust habt? Ihr könnt ja mal nachschauen, ob irgendwas Bezahlbares dabei ist. Wichtiges Parkplatz und Internet. Und Einzelzimmer und Bad. Also jetzt nicht irgendwie so ein Stapel-Ding, wo da zehn Leute in einem Zimmer schlafen. Das ist so Jugendherberge, bin ich mittlerweile raus. Irgendwas, wo man seine Privatsphäre hat, was man aber trotzdem zahlen kann. Kann im Schloss übernachten, bin ich sofort dabei, was kostet es? Ich glaube, das ist dann doch etwas teurer. Es ist vielleicht wirklich gar nicht so schlecht, noch den Tag in Bamberg länger zu bleiben. Da kann ich mir noch ein paar Orte anschauen, die ich mir auf Google damals rausgesucht hatte. Ich habe es noch 49 Kilometer. 130 Euro im Schlossohr, das tut schon weh. Also klar, in Relation ist es nicht teuer, aber es hat schon eine Ruhe. Ich hatte noch nie ein Problem mit Wettwanzen. Ich habe nachher am zweiten Mal ein bisschen durch bei Booking, wenn ihr was schönes findet, dann her damit. Es warst mich los. Ich hatte mich nicht das. Da soll ich nachher biraz. So, jetzt fahren wir auf die 73, das hatten ja auch viele von euch schon richtig geraten und wir haben Glück, schaut mal, da links beginnt ein Stau. Wir sind direkt vor dem Stau rausgefahren von der A3, hier stehen sie jetzt. Das war richtig, richtig Glück. Aber wir fahren wahrscheinlich in den nächsten Stau, so wie das riecht. Die Auswahl ist nicht übel, schreibt Homestyles, das klingt ja gar nicht so schlecht. Ich gucke nachher mal im zweiten Handy, das ist ja sowieso im Hotspot. Stellen wir jetzt gleich erstmal den Traktor ab. Untertitelung. Noch 37 Kilometer auf der A73 bleiben. Da wisst ihr was, wir halten am nächsten Pinkel Parkplatz noch mal kurz an, sofern es noch einen gibt, wenn wir durch Erlangen durch sind und ich gucke am Zweithandy mal nach einem Hotel mit Parkplatz, da könnte man nämlich direkt zum Parkplatz fahren, wenn ich was Schönes finde und ich spare mir das Parkhaus. Dann können wir dann direkt vom Stadtzentrum aus losmarschieren, sonst zahle ich ja gleich Doppeltparkgebühr, falls wir jetzt erst ins Parkhaus fahren und uns dann entscheiden, doch noch eine Nacht in Bamberg zu verweilen. Ich glaube, auf 5 Minuten Pinkel Parkplatz anhalten, macht es jetzt auch nicht mehr so den allergrößten Unterschied. Ne, nicht pinkeln, ich muss nur mal irgendwo ranfahren, damit ich am Handy tippen kann. Ich kann jetzt nicht parallel während der Fahrt nach einem Hotel suchen. Ne, genau, da muss ich nicht noch mal rumfahren, dann könnten wir nämlich die Traktor abladen, nehmen wir noch einen ganzen Reisetag mit und keinen halben Reisetag mehr. Ne, genau, da können wir uns jetzt den Nachmittag über Bamberg angucken und morgen wieder sehen. Morgen Mittag nochmal. Können wir vielleicht noch die ein oder andere Attraktionen besuchen, bevor wir dann morgen zurückfahren und die Chefredaktion einsammeln. Ah, es gibt gleich einen Pinkelparkplatz, das klingt doch gut. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wirklich dämlich, jetzt nach Bamberg dann weiter zu hetzen. So kann ich nachher ganz entspannt noch ein bisschen was produktives, nachrichtentechnisches machen. Ah, der ist der einzige. Ja, ich fahre jetzt gleich den nächsten runter. Und dann gucken wir mal nach dem Hotel. Könnt ihr ja mitgucken. Ich brauche das Kennzeichen von dem Grün vor mir. Das gefällt mir. Zumindest die ersten beiden Buchstaben. Die Redaktion überlebt sich, auch wenn ich sie morgen statt heute Abend abhole. Nee, das Kennzeichen hatte nicht CM oder ZZ, sondern KC. Kenne auch wieder eher die Nerds unter euch. Aber ich Idiot habe, als ich den Zulassungsdienst beauftragte. Also ich habe mir ja mein Auto bei einem Händler gekauft, das wisst ihr ja in unserem Traktor. Und der hat mir den ja zugelassen. Das war ja alles mit drin im Preis, das Zulassungsding. Und ich habe es leider verpeilt, ihm ein Wunschkennzeichen zu geben. Ich wollte eigentlich ein KC-Kennzeichen haben. Hat nicht so gut geklappt. Ah, KC ist Kronach. Mir würde es ja auch reichen, das KC an der zweiten Buchstabenstelle zu haben. Also so, halt vorher die Stadt und dann das KC dahinter. Das wäre ja auch in Ordnung. Aber ich habe leider gar kein KC an meinem Kennzeichen. Das KC verfolgt mich nicht mittlerweile überall. Mein erstes Auto hatte damals auch ein KC-Kennzeichen. Es ist nichts Neues. Wo fahren die denn? So, jetzt müsste ja gleich der Pinkelparkplatz kommen, oder? Ja, KC 23 wird auch was. Die Zahl ist mir völlig wurscht, aber so ein KC-Kennzeichen hätte ich sehr, sehr gerne. Ach so, der Standstreifen darf befahren werden. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, Seitenstreifen befahren, ihr habt recht. Dann befahre ich ihn doch mal. Da kommt man sich vor wie so ein Schwerverbrecher, wenn man den Seitenstreifen befährt. Jetzt kommt Möhrendorf. Ah, noch ungefähr 15 Kilometer. Dann ist ja entspannt. Ja, rechts dieses Info-Ding habe ich tatsächlich völlig ignoriert. Ja, rechts ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben es jetzt 16 Uhr, heißt wir können uns einen ganz entspannten Nachmittag in Bamberg machen. Für die, die gerade erst dazu gekommen sind, wir haben heute auch schon ein bisschen über Nachrichten geredet. Ich habe nämlich vorhin, bevor wir losgefahren sind in Erding, versucht am Parkplatz einen Vlog zu machen. Es ist zwar viermal unterbrochen worden, weil das Handy überhitzt ist, aber wir haben über Nachrichten geredet. Und wir machen es nachher dann nochmal ohne Unterbrechungen. Hier ist die fränkische Schweiz. Das Schöne ist für die, die den Vlog jetzt im Nachgang anschauen, die Sachen, wo die Unterbrechung stattgefunden hat, wo also kein Bild und Ton übertragen wurde, die werden automatisch rausgeschnitten von YouTube. Das heißt, ihr könnt es dann als fließendes Video sehen ohne Unterbrechung. Zumindest ohne Wartezeit dazwischen. Jürgius, du bist doch dabei. Du musst nicht neidisch sein. Die Reisegruppe besucht Bamberg doch gerade, zumindest virtuell. Ja, ich fahre auf dem Standstreifen. Ich komme mir auch ziemlich blöd dabei vor, aber das soll ich tatsächlich machen. Hier ist ein Erlebnispack Schlossetouren. Das klingt auch irgendwie interessant. Achso, der Standstreifen wird im Berufsverkehr freigegeben. Das ist eigentlich ne ganz gute Idee. Da hat man dann statt zwei, drei Spuren. Aber ja, es fühlt sich einfach falsch an, hier auf dem Standstreifen zu fahren. Hier ist wieder so ein Schild. Da, ich mache alles richtig. Da steht groß dran, Seitenstreifen befahren. Hier rechts ist das Blaue. Ja, solange hier niemand steht, das ist klar. Wenn hier einer liegen geblieben ist, dann ist blöd. Was man bei einer Panne macht. Das gleiche, was man auch an der Autobahn macht, wo es keinen Standstreifen gibt. Man fährt halt rechts ran und blickt und stellt ein Wandereck auf. Es geht mal wieder. Das schild die Missbrauch bestånd Somやっていい. Was mal an der Borderlands ist. Das ist ja oben, ich mache es. Okay, das ist sicher, aber auch nichtgeh'. musicians üBAC ist ja leer. odcast�絆geltetisch. Die letzte스팀-Trabi 죄송서�ate. Das ist nicht so schön, das ist es dafür Gel flertig. Beide Losin. Die erste Rechts sind tatsächlich ein paar Berge zu sehen, das ist ganz hübsch. So, jetzt müsste ja demnächst der Pinkelparkplatz kommen. Oh, jetzt müssen wir aber gleich rüber, denn hier biegt die Spur ab, wie es aussieht. Wir wollen ja nicht nach Vorschärm abbiegen. Oder geht noch? Nochmal schauen. Ja, ich glaube, wir müssen abbiegen. Beziehungsweise die Spur wechseln, damit wir nicht versehentlich nach Vorschärm fahren. Insgesamt noch 28 Kilometer. Vorschärm ist auch ein Schild, schreibt jemand. Ja, ich habe schon mitbekommen, dass hier in der ganzen Region unfassbar viele Reiseziele sind. Und das Bayreuth. Es ist auch gar nicht so weit, aber da fahren wir heute nicht hin. Eine kleine Syltestantour machen wir gerade, das stimmt. Hier ist die Abfahrt, dann muss auch gleich der Pinkelparkplatz kommen. Das heißt, ich überhole noch und dann fahre ich wieder rechts rüber. Ich glaube, wir sind wieder zu gutem Wetter gefahren. Hier ist das Wetter wieder in Ordnung. Und da vorne ist der Pinkelparkplatz, das passt ja. Regnetztal. Noch 23 Kilometer bis Bamberg. Sandro muss auch pinkeln, das passt doch. Dann nutze den Pinkelparkplatz. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Ja, es war gerade Pinkelpause, aber ich muss mal etwas am Zweithandy tippen. Wir haben nämlich gerade mehr oder weniger als Reisegruppe entschieden, dass wir wahrscheinlich noch eine Nacht in Bamberg verweilen. Dass ich also nachher nicht noch weiter habe, sondern wir noch in Bamberg bleiben und dann morgen Vormittag noch mal Zeit haben, ein bisschen was in Bamberg anzuschauen. Falls das jetzt mit Eintritt so knapp wird, irgendwo. Oh, wir sind aber ganz schön voll auf dem Pinkelparkplatz. Wir wollen viele Pinkeln. Continua inainte 9 Minuten până la Asse 20 și 4 Bamberg sud. Continua inainte 9 Minuten până la Asse 20 și 4 Bamberg sud. Wir können erst mal was finden hier. Oh, der steht ja schön. Da stellen wir uns jetzt einfach hier daneben. Wir wollen ja eh nicht lange bleiben. So. Geht ja nur darum, dass ich am Handy tippen muss. Gelebte Demokratie, Herr Bamberg, wir kommen so in etwa. So, dann nehme ich doch mal das Zweithandy und gucke mal, was es da in Bamberg so gibt, wo wir einkehren können. Denn ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn wir jetzt tatsächlich noch eine Nacht in Bamberg bleiben, wäre es natürlich blöd, jetzt ins Parkhaus zu fahren, das Parkhaus zu zahlen und dann zum Hotel zu fahren, weil da zahlt das Parken ja doppelt. Dann können wir auch direkt mal schauen, was es gibt und unterwegs buchen, wie wir das immer tun. So, Bamberg. Ein dritter, vierter ist auch richtig. Und eine Person, beziehungsweise 333. Wir reisen selbstverständlich geschäftlich und dann schauen wir mal nach, was es gibt. Wir hätten gerne den niedrigsten Preis zuerst angezeigt. Und wir brauchen einen Parkplatz und Internet. Jetzt seht ihr natürlich nichts, weil ich auf mein Handy gucken muss. Aber da war gerade etwas, das tatsächlich sehr zentrumsnah aussah. Wo es hingeht, richtig nach Bamberg. Ich versuche so ein bisschen parallel aufs Handy zu schauen und den Headshot mitzulesen, weil ihr ja auch Vorschläge reinwerft. Ich habe aber gerade schon was gefunden, was sehr, sehr ansprechend aussah, vom Preis her und von der Lage her. Genau, wir sind 333 Leute, wir müssen das ganze Schloss nehmen. Ah, ich habe das Schloss gefunden, aber das Schloss möchte gerne 134 Euro. Das ist halt schon irgendwie, ouch. Und dazu kommt, dass man im Schloss auch noch 15 Euro Parkgebühr extra zahlen muss. Schauen wir uns mal das andere an, was ich gerade gefunden habe. Was haben wir denn hier? 200 Meter vom Zentrum entfernt. Hat das tatsächlich einen Parkplatz? Ein historisches Gebäude? Was haben wir denn? Gut, parken müssen wir zahlen, aber dafür ist der Übernachtungspreis noch einigermaßen akzeptabel. Ja, ich habe was gefunden. Das ist sogar mit extra Parkplatz das günstigste. Und es sieht gut aus. Ja, das nehmen wir, das ist hübsch. Einfach im Dom übernachten, sehr gut die Idee. Ne, wir haben etwas. Nächster Schritt. Nächster Schritt. Dann können wir da nämlich gleich hinfahren. Den Traktor ausladen und dann direkt losspazieren. Ah, ich muss aber ganz kurz wieder ans andere Handy. Ihr kennt ja das Spiel. Ich kann mit dem Handy nämlich nichts bezahlen, weil das über das andere Handy freigegeben werden muss. Da kommt jetzt gleich ein Fehler, wenn ich das nicht freigebe. Heißt, ich muss euch ganz kurz minimieren. Ihr werdet gleich wieder zugeschalten, damit ich mir dem Haupthandy kurz bezahlen kann. Beziehungsweise die, mein Zweithandy kann ich auf die Kreditkarte zugreifen. Da kommt dann nur eine Fehlermeldung, weil ich es halt autorisieren muss. Meine Drei-Handy-Wirtschaft. Heißt, ihr seid mal zwei, drei Minuten abwesend und dann geht es direkt weiter. Also nicht wundern. Unterhaltet euch, solange ihr geht aufs Klo, holt euch ein Eis, geht direkt weiter. Aber ich muss dir, ja, ich weiß nicht, ob ihr das annimmt. Ich zahle zwar, nee, ich muss das über das andere Handy machen, sonst wird es nur, sonst werde ich wieder rausgeschossen aus dem Programm. Also geht es sofort weiter. Bis gleich. Wenn ich das andere Handy abgeben darf, Handy hat jetzt also kurz die Erlaubnis bekommen. Und sobald ich das angeklickt habe, geht es auch weiter. So. Jetzt sind wir soweit fertig. Jetzt sollten Bild und Ton für euch wieder laufen. Kacken wir jetzt das Internet ab. Ja, funktioniert. Perfekt. Dann können wir jetzt gleich die Adresse annavigieren. Ja, ich bin wieder da. Wie gesagt, hat nur einen Moment gedauert, bis ich die Zahlung freigeben konnte für das andere Handy. Das ist halt so ein Sicherheitsding, was ich eingestellt habe. So. Dann schnell die Adresse korrigieren. Und dann fahren wir die letzten paar Meter noch gemeinsam weiter. Oder ein paar Kilometer, ein Stück ist es ja noch. 19 Kilometer haben wir noch. Ja, so, guck dir wieder vorne raus und weiter geht's. Ach so, ich soll an die gelbe Flasche denken. Ja, das vergesse ich nämlich sonst. Schaut mal. Das, was ist jetzt keine Werbung. Ich hab's von Stefan geschenkt gekriegt. Und der kriegt wahrscheinlich auch kein Geld dafür, dass es mir gibt. Das ist dieser Wasserabweiser, den ich auf der linken Seite meiner Scheibe drauf habe. Rechts ist er nicht drauf. Ihr habt den Unterschied nicht gesehen. Ich hab ihn ganz krass gesehen. Wer sich also vorhin interessiert hat, was das ist. So schaut's aus. Und ich find's ziemlich, ziemlich cool. Also, man hat wirklich einen merklichen Unterschied. Ja, bei euch kommt's nicht so rüber, weil ihr sowieso nur einen kleinen Ausschnitt der Scheibe seht. Aber wenn man so das Gesamtbild hat, da kriegt man den Unterschied tatsächlich mit. So, jetzt habt ihr es gesehen. Machen wir weiter. Fahren wir weiter. Ich hoffe, ihr wart alle pinkeln. Und ihr seid hoffentlich auch alle wieder eingestiegen. Nicht, dass wir jetzt jemanden hier am Pinkelparkplatz vergessen. Das wäre natürlich unschön. Ihr schaut raus. Wer jetzt noch am Pinkelparkplatz steht, dann bitte ganz laut schreien und angerannt kommen, damit ihr noch zusteigen könnt. 20 Minuten, dann laden wir den Traktor aus. Machen eine kleine Mini-Zimmer-Rumtour und dann stürzen wir uns ins Bamberger Getümmel. Noch 14 Kilometer weiter Autobahn. Dann muss ich nach unserem Ausflug die Überschrift vom Video noch korrigieren. Dann ist es ja kein Geheimnis mehr. Dann schreibe ich natürlich mit in den Videotitel, dass wir nach Bamberg fahren. Damit das für die Reisechronologie ein bisschen übersichtlicher ist. Nein, man darf nicht im Reisetraktor rauchen. Das geht nur auf dem Dach. Dafür haben wir einen Sessel eingerichtet, wie bei Mr. Bean. Die Raucher fahren also auf dem Dach mit. Ich hoffe doch, dass ihr alle Mr. Bean gesehen habt. Sonst müsstet ihr diese Bildungslücke schnell auffüllen. Jetzt, Sandro, du sitzt auf dem Dach. Findet mal raus, wie lange der Dom heute auf hat. Ob wir den heute noch schaffen oder ob wir den morgen Vormittag machen. Beziehungsweise morgen Mittag. Wenn der Dom nämlich schon zu hat, machen wir heute nur die Altstadt-Tour und gehen dann morgen rein. Wenn er bis 18 Uhr auf hat, schaffen wir es aber noch. 17 Uhr, das wird arg knapp. Dann ist es ganz gut, dass wir noch etwas länger in Bamberg verweilen. Genau, morgen. Jetzt gucken wir ihn gleich von außen an. Ganz entspannt. Ach, 18 Uhr, na perfekt. Das heißt, wir gehen jetzt gleich noch in den Dom. Umso besser. Wir können ihn ja morgen bei Bedarf nochmal anschauen. Aber wenn er bis 18 Uhr auf hat, schaffen wir das auch heute noch. Oh, da rechts geht jemand mit seinem Fähnchen spazieren. Roland ist, ich werfe Roland nachher im Hotel an. Das können wir eigentlich gleich machen. Mokoba, du weißt ja, wie du Roland im Notfall stoppen kannst. Wir gehen jetzt kurz aufs Zimmer. Alle 321 Leute, aber mit Klamotten. Also alle lassen die Sachen bitte an. Außer die, die aufs Klo müssen. Und dann werfe ich den Roland an. Und danach geht es raus nach Bamberg. Und wer Bock hat, kann parallel auf unserem Discord-Server den Roland ein bisschen zuschauen. Und Mokoba, du kannst den Roland beaufsichtigen, dass du ihn notfalls mitteilst, dass er bitte die Schnauze halten soll, wenn es zu extrem wird. Wer oder was Roland ist, das könnt ihr dann live erleben auf unserem Discord-Server. Keine Sorge. Roland wird richtig loslegen. Ob man im Hotel rauchen darf? Ich denke mal nicht, aber du kannst vor dem Hotel rauchen. Na, Roland hat doch keinen Maulkorb auf. Unser Roland trägt keine Maulkörbe. Ui, hier ist ein wenig Wind. In einer Viertelstunde erreichen wir unser Ziel. Links ist noch ein Stall mit Pferdschnauze. Die genießen den Nachmittag auf der Koppel. Die genießen den Nachmittag auf der Koppel. Ach ja, und Roland versteht auch Deutsch. Da müsst ihr dann gleich ein bisschen aufpassen. Ist eigentlich ein englischer Bot, weil der in der Theorie zumindest richtige Gespräche führen kann. Das Problem ist nur, er redet meistens mit sich selbst. Das soll er eigentlich nicht tun. Und er kann auch in der Theorie sogar sinnvolle Gespräche führen. Eigentlich eine ziemlich gute KI. Aber die Übertragung zum Discord funktioniert nur so teilweise bisher. Ja, natürlich wäre es besser, wenn die KC den Bot geschrieben hätte. Das ist ja auch leicht, Christian. Das ist keine Überraschung. Das Problem ist nur, das war ja ein Bot von der Stange. Schaut, hier ist schon die Werbung für Bamberg. Was das Zimmer pro Nacht kostet, 47 Euro. Was das Zimmer pro Nacht kostet, 48 Euro. Jetzt kommt die Talbrücke Zegenbach. Sie sind 326 Meter lang, aber nur 17 Meter hoch. Stand 47 Euro für 341 Gäste. Das ist tatsächlich ein ganz schönes Schnäppchen. Aber das ist wirklichCloud. Wann der Melding endlich ausgewiesen wird, ich hätte es längst getan. So, wir sollen in Bamberg Süd runter. Wenn der Melding in unserer Reisegrube wäre, hätte ich ihn schon vor Wochen rausgekickt. Und zwar höchstpersönlich. Der kann sich mit seinem Vorderenski schleichen. Dann fahren wir mal nach Bamberg Süd. Dann fahren wir mal nach Bamberg Süd. Noch 6 Kilometer bis zu unserem Ziel für heute. Dann könnt ihr alle euer Gepäck ausladen. Oh, da hinten scheint ein Turm oder sowas zu sein auf dem Hügel. Eine Burg. Weiß da jemand was? Direkt geradezu hinter den Bäumen. Jetzt sind die Bäume davor. Wir müssen mal schauen. Eine Burg soll es geben. Jetzt müssen wir langsam mal wieder die Klimaanlage anmachen, sonst überhitzt ihr da vorne drin, jetzt wo die Sonne rauskommt. Ich sollte nicht auf den letzten Metern noch überhitzen. Jetzt sind es angeblich 23 Grad draußen. Das ist ja krass. Machen wir! Ah, toll jetzt ist es rot. Wir kommen sogar richtig im Warmen an in Bamberg. Und jetzt vor uns guckt ein Erfurter herum. Aber wir haben Mai, eigentlich ist es langsamer Zeit, dass es ein bisschen wärmer wird. Mir richtig lieber zu warm als zu kalt, da bin ich voll dafür. Jetzt fahren wir auf den Münchner Ring. Und sind in Richtung Zentrum unterwegs. Christian schreibt, 23 ist eine schöne Zahl. Jetzt wird gleich wieder der ein oder andere wütende Troll aus irgendeiner Ecke springen. Aber die verfolgt uns tatsächlich ein wenig. Nicht nur wegen meinem Hörspiel. Ich hatte in Pilsen das Zimmer 623 und vorhin das Zimmer 23. Da muss irgendwo ein Nest sein. Ist jetzt nicht so, dass ich mir das irgendwo ausgesucht hätte. Das war halt das, was man so in die Hand gedrückt gekriegt hat. Aber ich werde mich auch nicht drüber beschweren. Ihr wisst ja, dass ich das Hörspiel sehr, sehr gern höre. Oh, wir haben grün. Ich wollte gerade was im Rucksack suchen. Hat nicht so gut gepasst. Jetzt aber wieder rot. Scheiße. Ach ja. Die wird schnell grün, die Ampel. Man kommt Zeit, um noch irgendwas aus dem Rucksack zu suchen. Oh, schaut mal, da hinten sind historische Gebäude zu sehen. Haufen Kirchtürme. Das ist ja krass. Von hier schon. In 300 m. Virează la stânga. So, dann rasen wir mal. Und zwar hier herum. Wir rasen auf den Münchner Ring. Heute zwar kein München direkt, aber den Münchner Ring. Der ist auch nicht schlecht. Die Dom kann man weit sehen. Eines davon wird sicher der Dom gewesen sein. Aber da waren irgendwie drei nebeneinander. Drei sehr hohe Kirchtürme. Ja, wir sind noch in Södistan. So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir langen müssen. Denn im Zentrum dürften es recht verwinkelte Gassen sein. In 600 m. Virează la dreapta pe Rhein-Main-Donau. Ach, Rhein-Main-Donau-Damm sollte das gerade heißen? Hier gibt es Wasser, nämlich den Main-Donau-Kanal. Weil einige ja gefragt hatten. In 300 m. Virează la dreapta. Virează la dreapta pe Rhein-Main-Donau-Damm. Virează la dreapta pe Rhein-Main-Donau-Damm. Meine Uhr sagt 21 und Teil ist bewölkt, das Auto sagt 24. Jetzt fahren wir auf die Friedrichstraße, die zweite Ausfahrt am Kreisverkehr. Die Powerbank ist übrigens auch voll, bedeutet ein Akkuproblem sollten wir nicht bekommen und das Handy hängt ja gerade die ganze Zeit am Ladekabel. Da vorne ist auch ein hübscher Kriegsturm. In 300 m, la sensul giratoriu ești prin a doua ieșire. Und da ist der besagte Kreisverkehr. Oh, schaut mal, sieht schon sehr hübsch aus, ja? Ein begrünender Kreisverkehr. Hat man in Absurdisten gar nicht so oft, dass das so gut aussieht. Das sind ja meistens eher Unkrautwüsten. In Ostea Europa ganz normal, dass die Kreisverkehr schön bepflanzt sind. Ihr seht jetzt auf der Zufahrt schon ein sehr, sehr schöner Gebäude und Teil der Stadt. Bei Castron sind Flamingos auf dem Kreisverkehr. Das geht auch. Und was kommt denn da angefahren? Habt ihr das gerade gesehen? So ein Mr. Bean Auto, so ein Dreiradding, nur noch kleiner als das von Mr. Bean. Hier ist das Oberlandesgericht, das Landgericht und das Amtsgericht rechts von uns. Das mit dem Türmchen geradezu ist aber ein Wohngebäude. Da vorne am Horizont könnt ihr die Kirschtürme durchschauen sehen. Leider auch da wieder ein Baugerüst drumherum. Immer wenn wir ankommen, wird gebaut. Ah, der will abbiegen, deshalb dauert das so lange. Jetzt haben wir grün. Achso, das Baugerüst ist normal für den Dom, schade. Die Häuser sind schön. Ja, das was man bisher so sieht, sieht hübsch aus. Wir wollen natürlich in die historische Altstadt. Wir sind jetzt gerade in der Friedrichstraße. Hier ist mal ein öffentlicher Platz, wo keine Kokainflacke rumweht. Ich weiß zwar nicht, was das alles für welche sind. Da sind wahrscheinlich noch die Stadtflacke, aber keine Kokain dabei. Da muss man sich mittlerweile ja schon drüber freuen, wenn man die Propaganda mal nicht um die Ohren geknallt kriegt. Hier sitzen ein paar rote Leute rum und machen den Sitzkreis. Dann rasen wir mal hier herum. Wir sollten so gut wie da sein. Und da vorne wieder eine Kirche. Das Handy aus der Hand beim Strampeln. Geht doch. Ups. Ach doch, das ist richtig. Was fährt denn da rum? Guck mal, ein alter Bus mit Stadthundfahrt. Ja sicher. Das ist auf den Pf состояниi. Das ist schon mal auf die Treppe. Dust feel cadence ganz aus. Versch到 die 난 Reine simplesmente bisательно hoch. Das istévrier. Was gut lie. Schmidt kam unter die Fuß. De schatten komme. Geht. Es sieht so aus, als wären wir mitten in der Alpenstadt. Bin ich mal gespannt, wo die den Parkplatz herzaubern wollen. Ach, wir haben jemanden aus Bamberg hier in der Reisegruppe. Dann kannst du uns ja ein paar Tipps geben. Das ist ein paar Tipps geben. Virează la stânga pe Habergues. Anscheinend dürfen wir doch ins Parkhaus fahren. Hier ist es nämlich voll. Im Zweifel suchen wir ein Parkhaus. War ja hier direkt um die Ecke. Schön, wir haben zwar unser Ziel erreicht, nur ist hier alles voll. Also mal kurz ein Parkhaus annavigieren. Soviel zu, es sind Parkplätze vorhanden. Ich würde gerne in die Autoroute. Soviel zu. Soviel zu. Okay. Wenn er der Autoroute hier noch einen, den Monat ausübricht an. Soviel zu. Soviel zu. Soviel. Soviel zu. Szul, verlief zu. Soviel zu. Soviel zu. Soviel. Nun geht es gleich weiter, mein Navi kennt nur das Parkhaus nicht, es braucht die Adresse. Es ist zwar nur 150 Meter zu Fuß weg, aber wir müssen offensichtlich ein bisschen aufwendiger hinfahren. Wir setzen uns in Bewegung, wir müssen einmal drehen. Vorteil, wir sind tatsächlich direkt in der Altstadt. Nachteil, wir müssen erstmal einen Parkplatz erreichen. Und das hier links dürften dann die vom Hotel erwähnten Parkplätze sein, von denen ausreichend viele frei sind, wie man sieht. Wie schön, wenn das Navi jetzt funktionieren würde. Ups, ich glaube, wir sind hier ein bisschen falsch. Aber so richtig. Scheiße. Da müssen wir irgendwie drehen. Vermutlich ist das doch eine Einbahnstraße, man kommt die nur irgendwie ganz komisch raus. Mal schauen. Ja, ein Berliner Kennzeichen fällt nicht auf. Mal schauen. 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 Das heißt, man muss ansteigen doch links kommen. Oh, jetzt geht's los, Mann. So, wir schlingeln uns wieder raus aus der Altstadt und ja, jetzt bin ich genervt, wenn die Olle da fast aufs Maul fliegt, weil ihr Köter zerrt, dann soll sie ein Hund nicht mitnehmen, wenn sie Fahrrad fahren will. Und nicht mitten auf der Straße anhalten, um da irgendwas zu sortieren. Ich glaube, rechts von uns ist das Parkhaus. Hier müssten wir noch die Einfahrt finden. Alles frei. So, dann dürften wir jetzt gleich am Parkhaus ankommen. Und danach sollten wir abkürzt können über diese kleine Fußgängerbrücke. Ach, schaut mal, hier ist ein hübscher kleiner Park. Und da ist das Parkhaus. Wo links sind vier Kirschtürme. Da müssen wir gleich mal auf Erkundungstour starten, aber erstmal braucht man einen Parkplatz. Jetzt wird potenziell der Empfang weg sein, ist eine Tiefgarage, heißt nicht wundern, wir sehen uns dann sofort wieder, sobald der Empfang wieder da ist. Aber da dürfte es kein LTE geben. Das Spiel kennt ihr ja schon. Ihr könnt in der Zeit, in der der Empfang weg ist, ja kurz aufs Klo gehen und etwas zu essen holen. Wir sind ja noch eine Weile unterwegs heute. So, ihr habt wieder Bild und Ton. Und mein Navi quatscht noch, das muss ich mal eben ausmachen, sonst nölt das jetzt die ganze Zeit in meinem Rucksack rum. Deswegen mal ganz kurz eine Pause. Und dann spazieren wir rüber zum Hotel, laden alles ab und dann geht's auf die Stadttour. Aber erst muss ich dem Navi mal sagen, dass wir angekommen sind. Bild sollte mittlerweile gehen, ja, Ton müsste eigentlich auch wieder gehen. Aber mein Navi redet halt noch. So, das Navi hat noch nicht mitbekommen, dass wir angekommen sind. Ich habe eine gelbe Hose an, ne, so eine grüne ist das. Das ist eine ganz gemütliche, flatternde Hose, weil das beim Autofahrt echt angenehm ist. So, dann seid ihr hoffentlich alle zurück vom Klo. Ich habe meine Sonnenbrille im Auto vergessen, wie immer. Macht nichts, kriegen wir trotzdem hin, spazieren wir rüber zum Hotel. Müsst ihr jetzt direkt hinter der Tiefgarage sein, über die Brücke und dann sind wir eigentlich schon direkt da. Kurze Info, wir laufen jetzt zusammen rein ins Hotel. Ich nehme euch aber, bevor ich reingehe, den Thron weg. Ist ja klar, die wissen ja nicht, dass ich für immer. Und ihr guckt dann halt so ein bisschen auf den Fußboden. Dann gehen wir alle zusammen aufs Zimmerladen, alles aus und dann stützen wir uns ins Getümmel. Und wir werfen vorher noch schnell den Roland an auf Discord, damit der Roland ein bisschen loslegen kann und euch auf Discord unterhalten kann. Und ja, zu den Parkgebühren 18 Euro pro Tag. Also die sind heftig. Aber die sind alle so. Boah. DJ schreibt Bayern halt. Ach, DJ, du bist auch da. Hey ho, DJ, wir sind vorhin an München vorbeigefahren. Allerdings haben wir uns dagegen entschieden, München heute anzuschauen, weil es einfach ein bisschen zu groß wäre, um das an einem Nachmittag durchzurennen. Für München müssen wir nochmal extra zurückkommen und dann ein bisschen länger einplanen. Ich glaube, wir laufen gerade in die falsche Richtung, kann das sein? Ach nee, da vorne ist die Brücke, wir sind also richtig. Und Bild und Ton funktionieren, hoffe ich. Wäre jetzt natürlich scheiße, wenn in der Altstadt kein Internet läuft. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es gibt ein Bett und es gibt Internet. Aussicht mehr oder weniger, aber wir wollen uns ja auch die Stadt anschauen. Und wir haben auch ein Bad mit einem Klo. Ist ein bisschen spartanisch, aber überhin direkt im Zentrum. Das mit dem Klo ist auch eine ganz gute Idee. Da gehen wir nämlich gleich nochmal hin, bevor wir losstarten. Aber ich will euch erst den Roland auspacken. Und anschmeißen. Jetzt, wo ich da so lange drüber geredet habe, müsst ihr den Roland hier auch sehen. So, nehmen wir das, den WLAN-Code. Ich drehe euch mal eben die Sicht. Ihr könnt jetzt gucken, wie ich in meinem Rucksack rumwühle. Oder eher in meinem Koffer an der Stelle. Im Rucksack ist der Lab-Pop ja nicht. Was es kostet, Frank, 47 Euro pro Nacht. Aber es ist halt Södestan. Wenn ich jetzt noch eine Steckdose finde, habe ich schon, dann könnt ihr jetzt zuschauen, wie Herr Roland in Betrieb genommen wird. Oh Gott, wo habe ich denn den Selfie-Stick? Ich muss wahrscheinlich doch im Rucksack rumwühlen, damit ich euer Stativ fände. Aber wir haben ja Zeit. Es ist gerade mal 1715. Das heißt, wir schaffen es locker noch in den Dom. Ah, DJ hat gerade eine Seite reingehauen, wo ihr Nummern prüfen könnt, ob die echt sind oder ob das irgendwelche Spam-Bot-Nummern sind. Da könnt ihr solche Sachen dann kontrollieren, bevor ihr rangeht und euch irgendwas anhören müsst an Schwachsinn. So, ihr kriegt jetzt kurz ein Stativ. Und dann werfen wir zusammen noch den Roland an, bevor wir wieder raus in die Stadt gehen. Und wir brauchen natürlich noch ein Stromkabel. Jetzt gerade wäre das Klo frei, falls jemand will. Jetzt seht ihr gleich Roland in Aktion und könnt euch dann auf dem Discord ein bisschen austoben und bei Bedarf den Roland dann einfach stoppen, falls er zu sehr übertreibt. Aber erst noch brauche ich es wählen. wird euch weiter. So, dann sind wir eingeloggt, dann speichern wir das doch gleich mal. Und da haben wir Discord. Jetzt muss ich den Roland erst wieder rausschmeißen, damit ich ihn neu einladen kann. Und dann schmeißen wir ihn an. Jetzt müsste gleich ein Roland online gehen, das dauert immer so ein paar Sekunden. Aber dann müsste er hier in der Liste erscheinen. Ich muss ihn natürlich noch einladen, sonst wird es schwieriger. Und er legt los. Jetzt seht ihr, dass Roland gerade aufgetaucht ist. Jetzt könnt ihr euch austoben. Jetzt könnt ihr Roland nämlich hin und her kommandieren, wie ihr Bock drauf habt. Und wenn er es dann doch etwas zu sehr übertreibt, wisst ihr ja, wie ihr ihn stoppen könnt. Ja, er legt schon wieder los. Und denkt dran, Roland redet nur Englisch, er versteht aber Deutsch. Allerdings schreibt er nicht wirklich sinnvoll. Da habt ihr schon. Was macht das denn hier? Oh. Okay. Gut. Okay. Ja. Was ich da nicht? Also er redet wie immer mal wieder nur mit sich selbst. Ihr könnt mal kurz hier bei Roland mitlesen. Ich gehe mal aufs Klo und mache mal kurz das Mikro aus, damit ihr die Klospülung jetzt gleich nicht habt. Und ja, er antwortet sich leider selbst. Das ist nicht der Sinn des Bots. Eigentlich sollte er auf uns antworten. Er redet aber die ganze Zeit mit sich selber. Und er redet auch sehr, sehr seltsame Sachen. Aber bevor ich gehe, entziehe ich dem Roland mal noch die Adminrechte. Das muss ich hier machen. Ich möchte nicht, dass Roland als Admin anwesend ist, während ich nicht da bin. Er darf Kanäle sehen. Nachrichten senden natürlich auch. Er darf euch auch Dateien schicken, wenn er möchte. Er dürfte auch mit euch telefonieren, wenn er es machen wollte, wollen würde. Nur Admin darf er nicht sein. So, wir gucken, ob er jetzt noch schreibt. Na gut, er schreibt noch. Ich habe ihn jetzt nicht versehentlich kaputt gemacht. Jetzt gehe ich ganz kurz aufs Klo. Und dann reiten wir los. Und ja, Herr Rodort, ich weiß, dass man ihm lauter Anleitung Adminrechte geben soll. Das möchte ich aber nicht, wenn ich nicht da bin. Da sitze ich dann doch lieber daneben. Mal. Mal. Vielen Dank. 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 So, 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 and, so, 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 aber schaut, das ist echt eine schöne Altstadt, guck mal in Ruhe an. Und Daumen drücken, dass das LTE durchhält. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, schaut mal, da ist er doch So hoch ist der Aufstieg doch gar nicht Guckt mal, eine kleine Treppe Das Rathaus soll auch sehr sehenswert sein, da können wir auch noch hinspazieren Achso, DJ meint den Aufstieg zum Domturm Ich hoffe, dass wir da noch hochkommen, sonst müssen wir das morgen machen Wir klettern erstmal rein Da schaut, da seht ihr den Dom Der aber leider zumindest teilweise eine Baustelle ist Schaut mal, dieser Riesenplatz hier oben Und da hinten geht es dann direkt weiter mit der mittelalterlichen Altstadt So, und wo geht es jetzt rein? Vermutlich da hinten Noch überlebt die Verbindung, aber wir sind ja auch auf einem Hügel Hier sollte es eigentlich funktionieren Ihr seht jetzt den Bamberger Dom Und selbstverständlich habe ich schon wieder Hunger Der soll uns aber nicht davon abhalten, den Dom zu besichtigen Ach, hier ist der Eingang, schaut mal Hier steht sogar ein bisschen Info, aber ich glaube, da habt ihr längst einen Link bekommen von DJ oder von Homestyled Das ist der St. Peter und St. Georg Dom Und über 1000 Jahre alt Das ist auch ein schönes Gebäude So, schauen wir doch mal rein Spielregeln kennt ihr Wenn ich hier drinnen bin, rede ich nicht allzu viel mit euch Und ihr guckt euch einfach schweigend um Ihr dürft euch natürlich unterhalten Jetzt kommt es dann erste Ich bin glücklich becoming ине いた Vielen Dank. 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 Und jetzt wollte ich nicht starten. Alles? Du kannst du dir auch gerne vorstellen mit Vornamen oder so? Hi, ich bin der Max. Ja, das habe ich bemerkt. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Ja, das ist immer die größte, das ist immer die größte Brauereitigte der Welt. Also ob das noch stimmt oder ob das jetzt nicht. Der regionalen Mythos, das weiß ich nicht. Aber das ist ja auch immer, das sind die Leute sind, das ist immer das Erkopf? Du bist ja hier gar nicht in Bayern, du bist ja hier in Franken. Habe ich auch schon gelesen. Also das war Fehler Nummer 2. Achso, Bier trinken ist Nummer 1. So ein bisschen. Also ich weiß nicht, wer interessiert dann? Was ist denn da für die Kontextur zu kosten? Mittelalterliche Innenstädte. So alt wie möglich. So alt wie möglich? Und so am besten erhalten wie möglich. Okay. Du bist ja eigentlich schon durch viel gekommen. Vorbeigerannt. Du hast ja auch auf dieser kleinen Brücke gesehen. Ja genau. Da warst du eigentlich schon ganz wichtig irgendwie. Ja. Aber es hieß der Dom hat nur bis 18 Uhr auf, deswegen zuerst der Dom und jetzt die Altstadt. Der hat nur bis 18 Uhr auf. Anscheinend ja. Okay. So dann schauen wir mal wo wir jetzt hinspazieren. Ihr dürft im Chat auch gerne Hinweise mitgeben, wenn ihr irgendwas sehen wollt. Ich versuche so ein wenig mitzulesen. Ja hier unten scheint so die Einkaufsstraße zu sein, oder? Ja, wir müssen dann auf jeden Fall eher nach rechts gehen. Mhm. Und gehen wieder ein bisschen zurück da, wo wir weggeleiteten müssen. Ja. Das Rathaus soll sehr schön sein, schreibt Thomas. Was? Was hast du nicht gesehen? Ich glaube nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Du bist dann vorbeigegangen. Ich möchte jetzt aber da nicht den Stream, ich glaube 300 Leute nerven oder so. 371 sind wir. Okay. Ah, hier ist noch eine kleine Kirche. Da schauen wir auch mal rein. Was ist das für eine? Der Klassiker. Das habe ich schon gesehen. Die machen. Irgendwie bilden die wohl auch ein Kreuz, wenn man von oben rauf guckt. Die großen Kirchen. So, da haben wir gleich die nächste Kirche gefunden. Ja, anscheinend den Kreuzweg von St. Elisabeth nach St. Getreu. Aber hier könnt ihr nur mal kurz reinschauen. Da scheint nicht mehr richtig offen zu sein. So, da sitzt auch gerade noch jemand drin. Und arbeitet. Deswegen sind wir schnell wieder rausgelaufen. Da macht ihr irgendwelche Messungen oder so. Aber ihr konntet zumindest mal reinschauen. Da kannst du den Unterschied sehen. Da ist nämlich moderne Kunst mit dem Schlitten. Das da? Ja. Das war ein Aufweger in der Stadt. Ist auch nicht sonderlich schön. War aber verdammt teuer. Wie immer. Da, liebe Reisegrube, da habt ihr moderne Kunst vor historischer Kulisse. Und ihr dürft jetzt gern selbst beurteilen, ob euch das hier gefällt. Also mir jetzt nicht so richtig. Was hat das gekostet? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Für so ein hässliches Ding? Ja. Was ist hier? Der Knast? Hier ist der Knast, ja. Der Altstadtknast. Ja. Da oben nochmal der. Sind das die Türme vom Dom? Ja. Die da hinten? Ja. Weil von Weitem sah das so aus, als wären da ganz ganz viele verschiedene Kirchtürme auf dem Hügel. Ja, es gibt hier ganz viele Türme. Ja. Das ist tatsächlich. Der Dom ist immer der mit vier Türmen. Mhm. Ich glaube es gibt auch ganz wenige mit vier Türmen. Ich glaube es gibt zwei, drei Dome überhaupt, die vier Türme haben. Es gibt die Geschichte dahinter, dass das in Kreuzform gemacht wurde. Mhm. Das habe ich auch gelesen. Genau, Kaiser Heinrich das gemacht hat. Der ist ja im Jahr, ums Jahr 1000 drum ungefähr. Irgendwas mit 1020 stand oben am Dom. Ja. Und da hat man ja in der Bibel gesagt, dass da der, dass der Teufel tausend Jahre herrscht auf der Erde. Und dann nach tausend Jahren muss dann quasi die gesegnete Zeit kommen. Und dann hat der Kaiser Heinrich quasi hier Neue Jerusalem gemacht. Mhm. Und hat diese Stadt dann quasi angelegt nach dem Kreuz. Ja. So genau. Hier ist so ein bisschen die Ausgemeile. Abends. Ja, hier gibt es Essen. Ja. Allerdings ist natürlich Bayern extrem strikt. Also wir haben glaube ich eine Ausgangssperre, zwei Uhr nachts oder so. Sperrstunde, ja. Ja. Zeig dir einfach nochmal das Rad raus. Mhm. Und dann machen wir weiter. Ja, wir spazieren dann auch noch ein bisschen rum. Okay. Aber das ist generell erstaunlich, wie viele von diesen historischen Altstädten es in Bayern gibt. In Brandenburg sucht man sich dumm und dämlich, findet nichts. Das ist Brandenburg? Ja. Okay. Ja, also hier gibt es ja viele, aber hier sind auch, Brandenburg ist so ein bisschen auch ein Reis im Prinzip für chinesische und japanische. Mhm. Habe ich auch gelesen. Die Touristen, die sind zur Zeit noch nicht da, weil die ihren Lockdown haben. Ja, die kommen noch nicht her. Ja. Ja. Hier links. Genau, ja. Genau, da gibt es das Rauch hier und so. Sehr bekannt, aber nicht gut. Nein, ich kann nicht viele junge Leute essen. Es ist wirklich, schmeckt nach Brut oder Schinken. Mhm. Ist eher so eine einheimische Lokalerin. Und Touristen-Hotspot, oder? Touristen-Hotspot. Ja. Jeder trinkt es mal, jeder hustet. Ja. So, dann spazieren wir jetzt in Richtung Rathaus, so für euch zur Orientierung. Irgendwo soll ein Reiter von Bamberg sein? Ja, der ist im Dom. Im Dom? Ja, der ist an der Säule, ist aber nicht sonderlich spektakulär. Ach so, dieses Pferd, was da an der Ecke war? Hast du das für mich gesehen? Vorne am Eingang links war so ein Pferd. Aber das ist mir gar nicht weiter aufgefallen. Das ist schon so eine Reiter-Borse oder eine Reiter-Borse. Mhm. Jetzt blamiere ich nicht. Ich weiß es ehrlich. Es ist nicht so interessant, wenn du hier oben siehst. Ja, logisch, klar. Ich war letztens mit meinem Bruder auf einer Stadttour bei ihm in der Stadt und er hat auch überhaupt keinen Bock auf die Stadt gehabt. Alles langweilig. Ich sag am besten nicht zu viel, weil ich weiß nicht. Das ist aber auch eine relativ kleine Altstadt, oder? Insgesamt sind es ja auch nur irgendwie 80.000 Einwohner. Die Stadt ist klein, die Altstadt. Zur Stadtgröße ist schon... In Relation recht groß. Aber Bamberg ist klein, ja. Ja, das ist das Rathaus. Ah, okay. Stimmt, das habe ich auf der anderen Seite gesehen. Genau, ja. Es ist eben die Besonderheit, dass es auf so einer Flussinsicht gibt. Weil vorhin jemand gefragt hat, ob der Ort, wo wir hinfahren, eine Insel hat. Offensichtlich ja. Eine Flussinsel. Ja. Also wir laufen jetzt durch die Unterführung am Rathaus. Und das habt ihr vorhin ja schon gesehen, viel Wasser hier. Und hier natürlich alles Fußgängerpassagen, weil es einfach viel zu schmal ist, dass man hier durchfahren kann. Ja, vorhin bin ich über die Brücke da gerannt. Genau, jetzt habe ich dich gesehen. Genau, hier die Fassade. Die Fassade ist immer so ein bisschen der Hingucker, weil da oben diese Urt aus... Die habe ich noch gar nicht gesehen, nur die Malereien. Stimmt. Schaut mal, da oben guckt eine Figur raus. Ich hoffe, ihr erkennt es einigermaßen. Wir sind in Bamberg immer noch. Und da bleiben wir auch noch ein bisschen. Ihr seht, vorne Wasser, hinten Wasser ist also eine Insel. Eine relativ kleine Insel, aber das Rathaus hat man mitten in den Fluss gesetzt. Punkt 18 Uhr, jetzt hat der Dom zu. Okay. Eine kleine Frage. Ich habe länger bei dir nicht reingeguckt. Machst du da noch so politischen Konten? Haben wir heute Mittag schon gemacht, ja? Habt ihr schon gemacht? Bevor wir losgefallen sind von Erding aus. Okay. Geht nachher dann auch nochmal weiter. Ja, ich muss mal wieder rein. Auch bekannt ist die Tür hier, die ist schief. Stimmt. Schaut mal, erkennt ihr das? Die ist tatsächlich zur Seite geneigt. Oh, da ist die ganze Fassade verzogen. Genau, ja. Das sieht aus, als wäre das irgendwann mal abgesackt. Ja. Alles hat gut. Hm? So, also das war das Rathaus. Jetzt die Frage. Eigentlich hast du die wichtigen Punkte schon gesehen. Du kennst dich ja nicht aus, wo könnte ich dich jetzt hinschicken? Ich könnte dich mal zum Gabelmann gehen. Okay, was ist das? Das ist auch so eine bekannte Figur. Also ist der Neptun oder Poseidon mit seinem Breizack. Und Bandage nennen ihn den Gabel-Mode. Ja. Erklärt sich, glaube ich. Ja, logisch. Genau, durch die Straße bin ich vorhin gelaufen. Okay. Haben dich schon Leute erkannt? Nicht, dass ich wüsste. Bamberg ist Welt-SPD. Okay. Aber es ist ja ungewöhnlich in Franken, nicht in Bayern. Ja, aber es ist eine Universitätsstadt. Ja, stimmt. Die Leute verdienen, glaube ich, hier ganz gut. Und ein bisschen Wohlstandsverwahrung. Aber dafür ist es relativ sauber, wenn du es jetzt mit Berlin vergleichst. Ja, sowas gibt es hier nicht. Also da gibt es nicht so eckig. Ach, da drüben, das sieht gut aus? Genau, ja. Das ist jetzt der Marktplatz? Ähm, ja. Ja. Also einer von... Das ist gleich größer. Dann muss jetzt... Das ist so eine Ecke mit vielen Papiers. Hier hast du mal eine große Brücke. Und hier ist der Gardemann. Gibt es da irgendeine Geschichte dazu, oder? Keine Ahnung. Das stimmt. Also wenn da jemand von euch was genaueres zuweist, gerne mal den Link in den Chat werfen. Ich glaube, das passt vom Licht gerade ganz gut. Ihr müsstet alles erkennen. Der Neptun hier. Genau, Matthias. Und gegenüber noch eine ziemlich überdimensionierte Kirche. Die schauen wir uns gleich auch noch an, wenn sie noch auf hat. Und ansonsten ist hier rundherum überall Altstadt, oder? Ab da vorne hört es ein bisschen auf. Eigentlich schon alles, was in Fußnähe ist. Da läuft es jetzt eher raus. Heißt, wir spazieren jetzt gleich rüber in die Kirche. Und dann gucken wir uns einfach noch ein paar kleine Gassen an. Und schauen, wo man was zu futtern herbekommt. Aber wir futtern dann erst später. Erst wird noch spazieren gegangen. Dankeschön. Alles klar, gern geschehen. Weißt du jetzt, wo du da bist? Einfach ein paar Runden drehen. Genau. Schönen Abend dir noch und danke. So, dann spazieren wir mal weiter. Erst mal rein in die Kirche, falls sie noch auf hat. Und dann geht es weiter durch die kleinen Gassen. Ihr seht, Reisegruppenmitglieder gibt es überall in Absurdistan. Sollte also jemand von euch hier irgendwo unterwegs sein, kommt gerne dazu. Aber denkt dran, es könnte passieren, dass ihr dann auch im Stream auftaucht. Ein Kloster und ein Schlösschen gibt es auch noch. Hier war heute auch ein Markt. Hier wird gerade eingeräumt. Das hier ist die Pfarrkirche St. Martin. Steht zumindest dran. Und Tedice hat den Link zum Gabelmann in den Chat geworfen. Heißt, ihr könnt dann da auch für weiterführende Infos nochmal raufklicken. Und wir schauen mal, ob irgendwo noch Tag der offene Tür ist. Gleiche Regeln wie immer drin und geschwiegen. Er wird da auch für weiterführende Infos nochmal raufklicken. Und dann ferns mal rein. Vielen Dank. 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 Ich habe immer Hunger, Vielen Dank. 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 Mal schauen, Kirchturm. Das heißt für uns zurück zur Altstadt. Wir haben ja morgen auch noch ein bisschen Zeit. Man sieht aber so sehr sehr hübsch aus vom Gebäude her. Müssen wir nachher mal googeln, wie das morgen offen hat. Jetzt sind wir in der oberen Königstraße. Schaut mal, hier ist der Gangolfsweg, wieder so eine kleine Gasse. Ach, St. Gangolf ist die älteste Kirche in Bamberg, schreibt DJ gerade. Ich dachte, der Dom wäre älter. Komm, wir spazieren mal hier durch den Gangolfsweg. Komm, wir spazieren mal hier. Und dort hinter dem großen gelben Gebäude sollte da der Turm dann sein. Da vorne ist das Wasser wieder. Das heißt, da können wir dann rüber spazieren, um wieder in den historischen Teil der Stadt zu kommen. Wir haben richtiges Glück mit dem Wetter. Kein Tropfen Regen mehr zu sehen. Und immer noch ganze 21 Grad und teils bewölkt. Da, was ihr mir nicht glaubt, es sind tatsächlich 21 Grad hier. Ah, gelb-weiß ist katholisch, die Kirche. Danke, Celolo. Gut zu wissen. Und DJ hat den Link reingeworfen zur Kirche, also da gerne raufklicken für weiterführende Informationen. Und wir schauen mal, ob wir es uns morgen dann von innen anschauen können. Wie lange ich in Bamberg bleibe, bis zum Morgen, DJ. Das war ja ganz spontan. War eigentlich gar nicht geplant, hier noch einzukehren. Aber so ist es weniger hektisch. Ach, da drüben ist das Türmchen. Sieht ein bisschen italienisch aus. Ja, das war ganz spontan. Eigentlich hatte ich geplant, nach München reinzufahren, eine Münchentour zu machen. Da ist mir dann aber aufgefallen, das wird in einem Tag relativ knapp. Da brauchen wir ein paar Tage mehr. Und dann habe ich einfach nur geschaut, was so in der Nähe liegt, wo man mehr oder weniger dran vorbeikommt. Und da kam dann Bamberg dabei heraus. Den Katzen geht es bestens, keine Sorge. Ja, das war ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also hier könnte man im Kreis herumspazieren, aber das machen wir jetzt mal nicht. Wir spazieren wieder in die Altstadt. Und... Und... Und Daniel, wir sollten aufpassen, wenn wir solchen Labyrinthspuren folgen, nicht, dass wir irgendwo im Druidensteinkreis rauskommen. Das kennen die, die bei Star Stable schon ein bisschen weiter die Quests gespielt haben. Da muss man nämlich später so einen Strudel entlang reiten und dann öffnet man ein Portal zum geheimen Steinkreis. Und im schlimmsten Fall kommt man nach Pandoria gespawnt. Schaut mal, hier unten eine schöne Flussprobelade. Hübscher Weg zum Spazierengehen. Und da drüben wieder irgendein Türmchen. Ist das vom Gericht? Ich glaube, da sind wir vorbeigefahren. Und dann können wir, wobei es ist, glaube ich, besser, wir bleiben noch etwas auf der Seite vom Wasser und nehmen dann eine der älteren Brücken nach drüben, weil das hier so ein neues Ding ist. Wir spazieren wieder hinter in die Altstadt. Wir können auch mal gucken, ob man oben am Hügel noch irgendwo einen Aussichtspunkt findet. Vielleicht können wir von oben über die Stadt rüberschauen. Und dann können wir von oben über die Stadt rüberschauen. Da hinten steht ein Grill. Habt ihr das gerade mitbekommen? Ich habe mich schon gewundert, warum es hier nach Essen riecht. Da hat jemand einen Grill aufgebaut. Hier in der Uferpromenade kann man anscheinend bis vor zur Altstadt entlang spazieren. Dann hätten wir eigentlich runtergehen sollen. Das ist schöner als hier oben. Aber macht nichts, wir wollen ja Stadt sehen. Ach ja, ich konnte übrigens gerade über die Straße rennen, weil der Transporterfahrer uns durchgewunken hat. Der hat extra angehalten. Deswegen bin ich plötzlich losgerannt. Hab mich auch bei ihm bedankt. Nur, dass ihr euch da nicht wundert. Und nein, die Altstadt ist noch da, wo sie die ganze Zeit über war. Wir müssen nur dorthin zurücklaufen. Nehmen wir doch hier die kleine Gasse. So, jetzt nähern wir uns gleich wieder dem richtig historischen Teil. Schaut mal, wir können runter zur Promenade spazieren und dann die letzten Meter Promenade entlanglaufen. Was ist denn das define, wie bitte? Man kann das auf dem Weg so laufen lassen. Bitte schön nach Hause und dann mit dem Weg so gehen wir wieder runter und dann sehen wir ein Noch-Roll. Und dann ist der andere Tag ein und dann kannst du vielleicht auch den Punkt sagen. Jetzt bin ich von da unten bei mir! Ich bin da unten. Jetzt bin ich von da unten drin. Ich bin da unten, ich bin da unten mit mir. Ich bin da unten überall. Ich bin da unten dringekornig. Da bin ich da unten dringekommen. Und dann bin ich da unten. Und jetzt bin ich da unten dringekommen. Ich bin da unten einem drastetitel. Ich glaube ich mal kurz das Mikrofon, weil jetzt hier Musik kommt. Und die Musik ist eh scheiße, ihr hört mich gleich wieder. Und die Musik ist eh scheiße, ihr hört sich halt an, ab und ab. Ich mach dich nicht so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau, Daniel, ich habe euch vor schlechter Musik bewahrt. Das war die Idee dahinter. Also, schaut mal. Hier haben wir einen Stadtplan. Wir sind aktuell, gute Frage. Wir sind gerade über das Wasser gegangen. Hier sollten wir irgendwo hier sein, schätzungsweise. Hier, steht das nicht auf der Legende? Hier oben ist der Dom. Hier gibt es auch noch so ein paar andere Sehenswürdigkeiten. Ein Weinberg ist auch hier. Ich glaube, ich glaube, wir wandern noch mal rauf auf den Berg, gucken noch mal von oben runter, ob wir irgendwas Schönes sehen. Und dann demnächst orientieren wir uns auch irgendwo in Richtung Essen. Und dann... Vielen Dank. Und hier kommen wir wieder am großen Marktplatz an. Den habt ihr ja schon von der anderen Seite aus gesehen. DJ schreibt, bei ihm hat es angefangen zu donnern. Das Gewitter hatten wir gestern in Erding. Da hat es richtig gekracht gestern Abend. Und ja, ansonsten ist es relativ ruhig in der Stadt. Es scheint ein gemütliches Städtchen zu sein. Wir sind jetzt halt auch gerade voll in der Einkaufsmeile unterwegs. Das wird dann noch ruhiger, wenn wir hier raus sind. Hier kommt auch gerade etwas Wind auf, aber eigentlich sollte das durchhalten. Wir spazieren nochmal in Richtung Bergstadt. Hier rechts wieder diese große Kirche, die sehr, sehr aufwendig und barockdekoriert. Und dann wieder hier drauf geht. Ah, Manni hat geschrieben, um 20 Uhr müssen sie zumachen, ja es ist halt Södistan, ist aber erst 19 Uhr und Essen gibt es auch noch ein bisschen länger. Auch hier eine schöne kleine Straße, schaut mal. Ah, ich bin ganz in der Nähe von Sandra, dann liebe Grüße an dich Sandra. Ich überlege gerade noch, wo es sich dann lohnt, was zum Essen aufzutreiben. Schnatterlein hat schon die Spezialbrauerei vorgeschlagen, falls du einen Gegenvorschlag hast, gerne her damit. Wir wandern nochmal am alten Rathaus vorbei, weil Babylon das gerade verpasst hat und dann gucken wir uns nochmal oben auf dem Berg nach einem Aussichtspunkt um. Ja. 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 Ach, schaut mal, hier gibt es ein Essensleitsystem. Da ist auch diese Spezialbrauerei mit aufgeführt, oder Brauerei Spezial. Aber vor dem Essen wird noch weiter spaziert. So, Babylon, hier links das alte Rathaus mit den, wie nennt man das, Wandmalereien. Auf der anderen Seite kann man durchlaufen, machen wir nachher auch nochmal. Und direkt im Fluss auf der Insel. Essen auf der Brücke ist sicherlich auch eine Idee. Ich weiß aber nicht, was es hier zu essen gibt, ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet. Hier ist die Kaiserin Kunigund, hat wohl das Bistum Herr Bomberg mitgegründet. Sind wir vorhin ja auch eher vorbeigerannt. Und hier nochmal diese Häuser, die mir vorhin schon aufgefallen sind. Guckt mal, hier gibt es sogar Schiffe. Muss ich mal googeln, ob es hier Stadtrundfahrten gibt. Wobei der Fluss geht ja gar nicht richtig durch die Stadt. Ja, schaut mal da drüben. Wieder so ein Haus, was zur Hälfte im Wasser steht. Regnitz, sagt Babylon, kann sein, dass es die Regnitz ist. Verabend-Württemberg. Überall, wir kriegen hier. Aufentscheidung. Wir brauchen die Rete im Wasser. Wir brauchen die Städte. Wir brauchen die Städte in der Fluss. Wir brauchen die Städte. Wir brauchen die Städte in der Fluss. Wir brauchen die Städte. Untertitelung des ZDF, 2020 Mani schreibt, man kann ab hier auch eine Kreuzfahrt mit dem Schiff machen. Wo kreuzfahrtet man denn dahin? Oder wo kreuz fährt man denn dahin? Mani schreibt, man kann ab hier auch eine Kreuzfahrt mit dem Schiff machen. Ich dachte gerade, hier gibt es was zu sehen, aber das ist nur die Polizei, die ist nicht so spannend. Hier ist wieder ein Stadtplan der Altstadt, aber wir sind nicht eingezeichnet, wie es aussieht. Ach doch, Position. Hier sind wir. Wenn wir hier weiterlaufen, können wir wieder hoch auf den Berg spazieren. Auch hier wieder richtig hübsche alte Häuschen. Das Rathaus erinnert an ein Zollhäuschen. Stimmt. Wie so ein Eingang runter zur Stadt. Das Rathaus erinnert an ein Zollhäuschen. Das Rathaus erinnert an ein Zollhäuschen. Das Rathaus erinnert an ein Zollhäuschen. Das war's für heute. Schaut, hier ist auch wieder eine große Kirche, aber da sind wir wahrscheinlich etwas spät dran für. Wir gucken trotzdem mal hin. Ihr seht, eine kleine Stadt, aber Kirchen und Dome ohne Ende. Da hinten guckt schon der nächste Turm durch die Gasse. Renate schreibt jetzt aber ins Greifenklau. Was ist das? Ist das was, wo es Essen gibt? Ah, es ist anscheinend etwas, wo es Essen gibt. Was gibt's denn da so zu essen, Renate? Hau mal raus, ich bin nämlich tatsächlich mal wieder kurz vorm Verhungern. Leckeres Essen, ja, und was für Essen? Welche Stilrichtung, Renate? Ach, schaut, da drüben ist der Dom mit den vier Türmen. Da sind wir ja schon durchspaziert, da müssen wir dann nur noch hochspazieren. Das müssen wir aber dann machen, wenn wir wissen, wie der Turm offen hat. Da sind wir ja schon durch. Na, hier müssen wir morgen nochmal kommen. Das war ja zu erwarten um 19.03 Uhr. Das war ja zu erwarten. So, wenn wir uns jetzt rechts halten, müssten wir wieder in der Nähe vom Dom ankommen. Und dann schauen wir mal, ob es da irgendwo einen Aussichtspunkt gibt. Sonst müssen wir warten, bis wir den Turm besichtigen können. Nee, Sandra, auf Döner habe ich jetzt gerade keine Lust. Das ist Berlinistaner Nationalgericht. Jetzt hätte ich gern was Einheimisches. Um Döner zu essen muss ich ja nicht nach Södestal. Ich lese gerade, typisch wäre Klöße. Klöße mag ich sehr gern. Was das andere ist, das weiß ich nicht. Ach, schaut mal. Ich kann euch zwar gerade nicht sagen, was es ist, aber es hat Tag der offenen Tür. Wir gucken einfach mal rein, bis sie uns rausschmeißen. Klaus schreibt sich noch Barockkirche aus. Wir gucken mal rein. Spielregeln wie immer. Wenn wir drin sind, wird geschwiegen. Zumindest ich. Bis zum nächsten Mal. 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 Also die haben anscheinend gerade Kerzen gespart oder so. hat sich aber gelohnt mal einen Blick reinzuwerfen. So, schaut mal. Und deshalb lohnt es sich da mal vorbeizuschauen. auch ohne. und dann irgendwelche Götter zu glauben. Schaut mal. Und dann können wir ja jetzt sowieso. Er darf sich da mal. Er darf sich gerne in seine Kokaine schleichen, aber ohne mein Geld. dann nochmal. Dann nochmal der Dom von hinten. Na? Ich habe mich gerade schon selbst drum gekümmert. und ich habe ihn zurück in die Kokaine katapultiert. kann bei seinem Vorderen kann bei seinem Vorderenski um Aufmerksamkeit buhlen. Das brauchen wir hier nicht. Oh, es fängt wieder ein bisschen an zu regnen. Dann beschleunigen wir mal unsere Schritte. Aber schaut mal die hübschen Häuschen hier links und rechts. Da müssten wir eigentlich sogar langsamer durchlaufen. Oh, das Unwetter aus München kommt immer mehr in meine Richtung, schreibt Julia. Heißt, wir sollten uns eine Lokalität suchen, in der man drinnen sitzen kann. Aber ich habe echt gedacht, der Akku hält unsere Tour durch. Ah, da seht ihr mal. Ungefähr, seit wann laufen wir jetzt? Zwei Stunden oder so. Ungefähr hat zwei Stunden überlebt. Das Handy eben voll im Streambetrieb. Aber YouTube zieht eben auch ohne Ende Akku. Spazieren wir mal rauf auf den Berg. Ich glaube, vom Berg aus spazieren wir dann wieder nach unten, laufen zum Hotel, holen die Powerbank und dann wird gefuttert. Bei DJ kracht und blitzt es ordentlich. Mal schauen, ob wir hier hochkommen. Ja, das geht. Ah, wir sind schon seit fünf Stunden unter zwölf Minuten unterwegs. Und bei O2 stöhnen sie alle wegen unserem Datendurchsatz, den wir haben. Oh, bei Sandra in F.O. F.O. ist das Vorschheim oder Vorschheim. Oder Vorschheim. Da scheint es auch schon zu donnern. Also laufen wir erstmal zurück zum Hotel. Holen die Powerbank und dann gibt's Essen, Fassen, Marsch. Jetzt hat man auch hier wieder so eine schöne kleine Gasse. Ob ich den Roland nochmal anmache? Ja, wenn ich wieder im Hotel heute Abend bin. Den lasse ich lieber doch nicht unbeaufsichtig. Er scheint die Adminrechte doch zu benötigen. Wir rennen übrigens gerade bergauf. Falls ich also rumschnaufe, könnte das da ranliegen. Hier ist schon wieder eine große Kirche. Wir sind auf dem falschen Berg. Der Dom ist da drüben. Kommt, spazieren wir erstmal runter Richtung Hotel. Powerbank holen, dann essen gehen. In Berlinistan blauer Himmel und Sonne. Das ist schön. Aber wir hätten den blauen Himmel und die Sonne auch heute ganz gern hier. Welche Stadt das ist? Immer noch Bamberg. Wir sind aber sowas von auf den falschen Berg gerannt. Guckt, da drüben ist der große Dom. Gut, dass wir vorhin auf den richtigen gerannt sind. Nö, das Wetter ist ja auch okay. Ich hoffe nur, das bleibt so. Moment, da ist der Dom. Da drüben ist noch irgendwas ganz anderes. Das ist das mit den Viertürmen. Wir sind doch richtig. Jetzt kommt hier gerade eine Regenwolke vorbei. Was mit dem Ton ist, eigentlich sollte damit gar nichts sein. Der müsste jetzt gerade laufen. Ach, das andere ist das Bamberger Schloss. Da müssen wir auch noch hin. Guter Hinweis. Oh, schaut mal. Auch hier. Biegen wir doch auch hier ab. Seht ihr das? Es wird nass. Aber noch hält es sich alles im Rahmen. So, liebe Reisegruppe, jetzt müssen wir entscheiden, wo wir zum Abendessen einkehren wollen. Die Brauerei Spezial wurde eingeworfen. Greifenklau wurde eingeworfen. Nir irgendwas. Ich hätte ja am liebsten etwas Mittelalter thematisches mit einheimischem Essen und einigermaßen bezahlbar. Oh, schaut mal. Ein richtig cooler Innenhof. Ach, die Mädels schreibt Greifenklau. Wo ist das denn? Ach, Greifenklau. Ich habe Klau verstanden vorhin oder Klau gelesen. Immer dem Geruch nachher. Hier rieft es ja überall nach Essen. Jetzt kommen wir direkt am Dom an. Schaut mal, wie geil das aussieht hier. So ein richtiges Postkartenmotiv. Und dann nochmal ein Blick auf den Dom. Hier rieft es ja überall nach Essen. Jetzt nochmal den Dom hier von der anderen Seite. Da sind die großen, runden Fenster, die wir gerade schon von innen gesehen haben. Und auf einen der Türme kommen wir hoffentlich morgen auch noch. Ah, 800 Meter von hier ist Greifenklau. Aber das ist ja die völlig andere Richtung, Leute. Schaut mal, der Brauerei-Gasthof ist komplett in die andere Richtung. Gibt es vielleicht irgendwas, was ein bisschen zentraler ist? Denkt dran, unser Auto steht im Parkhaus. Ich laufe hier sehr, sehr gern, das wisst ihr. Allerdings bin ich gerade richtig heftig am Verhungern. Jetzt noch zum Hotel spazieren. Schnell die Powerbank holen, 500 Meter. Und dann nochmal eineinhalb Kilometer den Berg hoch. Und hat nicht mal eine Karte mit Gepreisen. Das lässt mich wirklich hoffen. Also klar, irgendwie überleben wir die eineinhalb Kilometer auch noch. Aber ich hätte auch nichts dagegen, vielleicht etwas zu finden, was nicht ganz so, einen nicht ganz so steilen Fußmarsch entfernt ist. Hier wieder der große Platz von vorhin. Und der Dom, der ebenfalls weiß-gelbe Fahne draußen gehisst hat. Ach, schaut mal, da ist noch ein kleines Dommodell. Aber ganz so klein ist das gar nicht. Ah, hier muss irgendwo ein Park sein. Ich weiß gar nicht, ob wir den vorhin schon gesehen haben. Wir sind aktuell hier. Hier sind die großen Häuser. Und dahinter muss eine Grünanlage sein. Mit einem kleinen Rosengarten. Klingt auch sehr ansprechend. Und durch die alte Hofhaltung sind wir gerade durchspaziert. Das ist dieser schöne Innenhof. Also nochmal von oben das hingesehen, was wir gerade besichtigt haben. Der Dom hat auch nochmal einen Innenhof. Ein Museum ist da auch noch mit dran. Also ihr seht, das ist schon recht eindrucksvoll gestaltet. Jetzt aber Powerbank holen und dann Essen fassen Marsch. Greifenklau gibt es wohl schon seit 1719. Das klingt schon geil, aber es ist halt 800 Meter in die andere Richtung von hier aus. Ach komm, wir laufen die Straße, die ist schöner. Und es gibt offenbar keine Preisliste. Und keine Preisliste ist immer irgendwie verdächtig. Meistens sehr, sehr teuer. Ach, schaut mal. Hier ist eine schöne Aussicht nach unten. Wenn auch nur in eine kleine Straße. Und natürlich gibt es da unten was zu essen. Julia, aber ich möchte ja auch was Gutes einheimiges zu essen. Ich weiß, ihr wollt, weil ich würde das machen. Danke, bitte. Danke, danke. Danke, danke. Danke. Danke, danke. Nein, HM, ich glaube nicht, dass da alles kostenlos ist. Eher das Gegenteil. Und jetzt spazieren wir nochmal durch das alte Rathaus unten durch. Bikroni schreibt, ist glaube ich eher die gehobene Preisklasse, vermute ich auch. Denn normalerweise stehen halt schon Preise dran. Renate oder die, die das schon kennen, wenn ihr da schon wart, schreibt doch mal ungefähr die Durchschnittspreise in den Chat, damit ich entscheiden kann, ob es sich lohnt oder nicht. Ich glaube nicht, dass ich die Durchschnittspreise in den Chat, damit ich die Durchschnittspreise in den Chat. So, Pabellon, für dich nochmal das alte Rathaus samt Wandmalerei. Und Blick runter auf den Fluss. Und jetzt geben wir Gas, damit wir schnell auch die Powerbank einsammeln können. Meilin schreibt, 50 Euro pro Person ist nicht unbedingt das, was ich ausgeben will für ein Essen. Und jetzt kommt ihr noch dazu, Daniel. Ich habe hier keine schnöseligen Klamotten an. Ich habe hier so meine Hippiehose gerade an. Damit kann ich ja in kein schnöseliges Restaurant. Da müsste ich mich erst umziehen gehen. Und wenn ich das mache, dann bin ich verhungert, bis ich Essen kriege. Also, um richtig schnöselig essen zu gehen, muss man auch schnöselige Klamotten anhaben. So, jetzt laufen wir schnell zur Powerbank. Was, wir sollen zur Käthe Wohlfahrt? Was ist denn das? Ihr habt das vorhin schon am Haus gelesen? Irgend so ein Laden, oder? Ja, genau so kann ich überall hingehen. Ich habe einen gestrickten Pullover an und eine Hippiehose. Also, nein Leute, das können wir nicht machen. Ja, wir haben anscheinend eine weniger schöne Gasse ausgewählt. Ja, Manni schreibt, das ist Weihnachtsschmuck. Brauchen wir jetzt noch nicht. Dauert noch ein bisschen, bis wieder Weihnachten ist. Hier ist das Haus zur Weißen Lilie von 1516. Hier ist das Haus zur Weißen Lilie von 1516. 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 Aber Spric rennt das Haus zur Weißen Lilie von 1516. Das ist die Jurisила 결re healthcare. Es wird das Haus zur Weißen Lilie von 1517. Das Haus zur Weißen Lilie von 1516. Das Haus zur Weißen Lilie von 1519. So, damit haben wir unser Zimmer wieder erreicht, dann mal kurz die Powerbank holen und dann geht es direkt weiter. Scheint recht hellhörig zu sein hier, da muss ich nachher leise reden. Aber das Hotel ist halt schon so richtig so ein mittelalterliches, wie so ein mittelalterlicher Gasthof, mit so ganz ganz kleinen Zimmerchen, so verwinkelt. Also definitiv Altstadt. So, ihr kriegt ganz kurz mal das Stativ. Ja, was trinken ist eine sehr gute Idee, habe ich hier stehen. Ein Schluck trinken und dann reiten wir zum Essen. Stellt sich nur die Frage, wohin? Immer noch. So, Powerbank hier. Dann brauche ich noch das iPhone-Kabel. Habe ich auch. Und dann muss ich euch ganz kurz minimieren, um zu prüfen, ob ihr Strom zieht. Wobei, das kriege ich eigentlich automatisch mit, wenn die 10% Akku-Warnung kommt. Ah, es kommt ja gerade. Ich minimiere euch mal, um zu schauen, ob ihr Strom zieht. Ihr bekommt Strom. Also auch kurz einen Schluck trinken und dann entscheiden, wo es hingeht. Ah, ich könnte auch die Fenster zumachen, da ist es vielleicht weniger hellhörig. Ihr steht unter Strom. Perfekt. So muss das sein. So, jetzt muss ich kurz mal am Zweithandy googeln, wo die Adresse ist zu dem, wo wir jetzt hinlaufen. Also haut noch mal raus, was wäre jetzt euer Favorit. Ich kann euch hier mal kurz umdrehen. So, schauen wir mal hier kurz am Zweithandy. Oh Gott, sehe ich aus wie nach einem Marathon hier gerade. Ich habe heute Morgen extra noch Haare gewaschen. Hat nicht allzu viel gebracht. Wir sind nämlich doch so ein kleines bisschen in den Regen gekommen gerade eben, auch wenn es nur so Nieselregen war. Aber ich bin definitiv nicht schnöselig unterwegs. Also so kann ich in kein Schnöselnaster rangehen mit Hippiehose hier. Ist zwar tierisch gemütlich, ist in Bamberg wahrscheinlich auch so, dass es gar nicht auffällt, wenn das eh eine Unistadt ist. Aber es ist halt nicht dazu geeignet, um schnöselig essen zu gehen. So, Zweithandy mit der Karte. Und jetzt raushauen, was würdet ihr empfehlen? Kachelofen, also Greifenklau ist wirklich am Arsch der Welt und hat keine Preisliste. Also, hm, und mit 50 Euro pro Essen, naja, ist auch nicht unbedingt das, was ich jetzt abends mir reinziehen will. Gucken wir mal, was mit dem Kachelofen ist. Aber der Kachelofen hat auch keine Preisliste, oder? Habt ihr mittlerweile Bild? Oh, ihr habt kein Bild. Gebt mir mal eine Rückmeldung, ob ihr was seht, sonst muss ich die App vielleicht... Okay, ich muss die App abschließen. Gebt mir einen Moment, geht gleich wieder. Ja, wenn nicht, muss ich euch nochmal abschließen. Immer noch schwarz? Ah, jetzt geht's wieder gut. Der Kachelofen hat auch keine Preisliste. Das ist halt immer so ein Indikator, für das es schweineteuer ist. Also übertrieben teuer. Jetzt bin ich wieder da, sehr gut. Gucken wir mal zu dieser Brauerei Spezial. Da sind wir vorhin schon vorbeigespaziert. Die wurde ja auch ganz zu Beginn empfohlen. Und ja, zu McDonalds wollen wir jetzt nicht. Wir wollen ja jetzt was Einheimisches essen. Die Brauerei Spezial hat... Oh, Knödel, Schweinebraten, rustikal und traditionsreich. Das klingt doch gut. Die Website lädt. Und die wurde ja auch vorhin draußen schon beworben. Also die scheint auch relativ bekannt zu sein. Was ist mit meinen Haaren? Ja, ich weiß, sie sieht gerade scheiße aus. Weil ich habe nicht gekämmt und so. Aber wir wollen ja nicht schnöselig essen. Wir wollen jetzt rustikal traditionell essen. Da geht das klar. Gibt es auch irgendwo eine Speisekarte? Komm, lad. Das ist echt arg hellhörig. Ich kann drüben im Nachbarzimmer die Leute belauschen. Und hoffentlich vergnügen die sich heute Abend nicht. Oh, sie haben das Fenster zugemacht. Vielleicht haben sie das gehört. Ach, wir spazieren einfach los. Hört ihr das auch? Ne, ich habe keine Ohrstöpsel. Ich vermute, dass die nachher zu den Zeiten, in denen ich schlafen gehen will, sowieso pennen. Ah, ihr hört es nicht gut. Ach, los, wir spazieren zur Brauerei Spezial. Noch mal ganz kurz auf der Web nachschauen. 600 Meter, das überlebe ich gerade so noch, bis ich verhungert bin. Wir wollen zu Fuß gehen. Ah, 800 Meter. Das geht trotzdem klar durch die Einkaufsstraße und dann auf der anderen Seite der Brücke, auf der rechten Seite. Dann muss ich jetzt nur einhänden. Ne, ich nehme das zweite Handy hier. Ne, brauche ich nicht. Da reicht ein Handy aus. Geld habe ich. Öffnungszeiten bis 22.30 Uhr, glaube ich. Oh, meine Uhr ist leer. Aber das macht nichts. So, ich nehme nur euch mit. Ihr dürft noch mit bis zum Restaurant kommen. Danach lasse ich euch dann wieder, ihr könnt auch noch mit reinkommen, aber danach lasse ich euch dann wieder alleine. Und ich esse erst mal. Und dann sehen wir uns später noch mal zum aktuellen Tagesgeschehen. Aber erst mal wird weitergewandert. Alfred, ich besitze keinen Mauerkorb und ich habe auch nicht vor, daran etwas zu ändern. Ich muss mein Portemonnaie noch einpacken. Ne, Powerbank habe ich. Keine Sorge. Powerbank hier. Läuft. Wir können los. Und nachher werfe ich euch den Roland dann nochmal an den Bot. und ich beho télé воды. Und ich passe mir jetzt mal an den Bot. Schaut, jetzt hat es geregnet oder jetzt regnet es. Jetzt geht es zur Brauerei und da beenden wir unseren Rundgang dann erstmal. Dann heißt es Essen fassen Marsch. Wir sind ja auch wieder seit ich glaube fast sechs Stunden mittlerweile unterwegs. DJ mag kein raues Klopapier, ich habe das Klopapier jetzt noch gar nicht gecheckt. Fünf Stunden und 40 Minuten sind wir unterwegs. Also jetzt Vollgas zum Essen. Leute bezeichnen den Sidolphus nicht als König, der ist keiner und wird auch nie einer sein. Und das ist auch verdammt gut so. Jetzt wird schon runter gezählt, wie weit es noch ist bis zum Essen. DJ Event Manager gibt es hier auch. Ach komm, wir laufen die schöne alte Straße entlang. Die gefällt mir besser. Oh, ich lese gerade etwas von Hirschgulasch. Ich hätte mir das Haare waschen heute morgen echt gesparen. Stimmt DJ in Bamberg war letztes Jahr die Party-Szene unterwegs. Die Nacht wird, ich hab zerstört. Dann kommt uns nicht auf der Schule. Oh, sie sind sicher. Und ich bin einfach gar nicht Gast. Wenn ich mich überofür, bin ich sonst nicht vertrekst und ich bin. Und ich bin einfach Oceanisch. Ich bin einfach nur Leute, nicht. Ich komme nicht durch. Wer meinte gerade, ersten Fassenmarsch klingt so gewaltsam. Was meint ihr, wie das klingt, wenn ich mir den ersten Passanten schnappe, weil ich vor Hunger hier nicht mehr anders kann? Also drückt die Daumen, dass wir es noch bis zum Gasthaus schaffen. Mani, die Bürgersteige dürfen erst hochgeklappt werden, wenn wir Essen haben. Ich gebe mir Mühe, mich zu beherrschen, deswegen geht hier gerade sehr, sehr schnell in Richtung Gasthaus, wie ihr seht. Es hat nicht geregnet, es regnet immer noch ein bisschen, aber zum Glück nicht mehr sonderlich stark. H.M. möchte gern getragen werden. Also bitte einmal H.M. zur Brauerei tragen. DJ trägt schon das Chatfenster. Genau genommen trage ich euch gerade alle herum. Eigentlich müsste ich die Lizenz haben, mich zu beschweren. Ach, schaut mal, wie leer jetzt die Brücke plötzlich ist, nachdem es hier geregnet hat. Hat also durchaus einen Vorteil, das Wetter. Von Scheidu kannst du dem Sidolphus gern privat in den Arsch kriechen, ich will davon aber nichts hören. Der Typ ist ein heuchlerischer Lügner, mehr nicht. Und größenwahnsinnig ist er auch. So, jetzt müssten wir auf der rechten Seite das Gasthaus finden. Wie die Stadt hier heißt, hier vorthin, das ist immer noch Bamberg. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt schon die offizielle Verabschiedung. Wir sind nämlich gleich an der Brauerei angekommen. Und da ich da drin natürlich nicht mit euch reden kann, ist ja klar, machen wir das wie in Rumänien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was aus Bamberg mitgenommen und natürlich auch die Fahrt von Erding nach Bamberg. War hoffentlich nicht zu langweilig. Wir haben ja bisher die eine oder andere Kirche schon besichtigt. Der Turm kommt hoffentlich noch und ich gehe jetzt erst mal essen fassen. Und das ist mehr als nur nötig, denn ihr kennt das ja, wenn man Hunger hat, dann ist man halt so ein bisschen, muss ich euch glaube ich nicht erzählen. So, ich nehme euch noch mit rein, allerdings ohne mit euch zu reden. Und dann seht ihr noch, wenn es da LTE gibt, seht ihr zumindest die Karte noch. Und danach entlasse ich euch in den weiteren Verlauf des Abends. Also, holt euch auch was zu futtern, macht euch einen schönen Dienstag und dann sehen wir mal, dass wir nachher noch ein bisschen, noch ein bisschen Tagesgeschehen abfrühstücken können. Aber dafür muss ich satt sein. Ich denke, das ist auch, bedarf keiner weiteren Worte, das müsste sich jedem selbst erschließen. So, ich sehe die Brauerei schon, deswegen Essen, Fassen, Masch in der Brauerei und dann gucken wir mal, was der Dienstag uns noch so bringt. Deswegen bis später dann. Beziehungsweise, Bild habt ihr noch ein bisschen, aber mit euch reden muss ich jetzt gleich einstellen. Denn hier gibt es jetzt Futter. So, ich sehe die Brauerei schon, ich sehe die Brauerei schon, ich sehe die Brauerei schon.